Ich weiß nicht, ob ich Dings gemacht oder was, ich weiß nicht. Ich mache ja noch erstmal Klassen, ganz in Ruhe. Bisschen Snipe-Ballern hab ich voll Bock drauf. So, das ist Zocker-Wallern. Ja, ja, let's go, let's go. Gucken, was ich als Sniper-Setup spiele. Waffen. Jetzt ist die Waffe richtig. Na, wenn, Snaggy, grüß dich. Moin, Stefan, Christian. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, mach mal, hier mal irgendwas mit Doos, Snaggy. Teacher, Doos mit Gunner unten fixieren, bitte. Christian, grüß dich, Samstagabend online. Stress mit Frauchen? Ne, Christian, falls sie sich mitgekriegt hast, Digi, hab ich schon die letzten paar Tage erzählt. Die Familientag, der Familientag hat getauscht von Samstag auf Sonntag. Was ist denn los, dass du im Stream bist, Digga? Stress mit Frauchen? Ja. Was ist denn los, dass du im Stream bist, Digga? Die Waffe willst du spielen jetzt, Digi? Was schmeißt du? Welche Waffe willst du jetzt spielen? Hast du schon irgendwas im Kopf? Ich zocke gerade jetzt immer ein bisschen die... Wie heißt die TAC-M? Die TAC-M, ja. Wie heißt die TAC-Q, die ist die DMR mit Snipern. Es gibt die TAC-M und die TAC-V. Die TAC-V ist denn das Ding, die Kampfgewehr und TAC-M ist die DMR davon. Ne, das ist mit der Sniper-Muny, ich glaub die TAC-V ist das dann. Okay, ja. Und mit der AKU zusammen. Na, TAC-M ist das mit der Sniper-Muny, das ist die DMR. Ja, und glaub, die Kampfgewehre haben alle ganz normale Stormgewehr-Muny und die kannst du auch vollautomatisch spielen. Ich kenne hier gar nicht die Logos. Oh, scheiß drauf. Mats, der Navin, bin leider nur sporadisch, wenn man da bin, auf Ausbildung und dann im Einsatz stressen mit Frauchen. Ich? Ohne, das wird schwer. Kein Wunder, hätten wir wahrscheinlich nicht aus mit dir, war Christian? Spaß, Bro. Ne, dieser Familie ist getauscht und ab nächste Woche bin ich jede Woche, jeden Tag online, außer Donnerstagabend und Sonntagabend, da hab ich den frei. Jordi, grüß dich, Nippernfreundin, Matze nochmal, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Liken, wenn ihr Bock habt, dann teilt nochmal den Zwiemann durch, danke Toni und Robert fürs Teilen, ihr Lieben. Das hilft mir ungemein, dass ihr teilt, Leute. Das bringt, glaube ich, am meisten von allen, wenn Facebook das nicht mehr macht, müsst ihr das für mich, Marina Modice. Das ist ja wirklich sehr dankbar, deswegen, ich leide dann selber nochmal, auf dem Stream teilt das selber nochmal durch. Tja, kommt drauf, Leute, gucken wir mal, was geht, heute mal ohne Waffenlevel, einfach mal ein bisschen push, push only. Natürlich brauchen wir aber erstmal Cash, damit wir mal pushen können. Und dann schauen wir mal, wohin bist du weg, Christian? Erstmal hier runter, zu dem Auftrag dahinter. Äh, ich seh den Marker nicht, Dicke? Gleich raus und links rüber, links rüber. Ach, jetzt seh ich ihn, ja, ich seh ihn. Dann müssen wir nochmal so machen, dass man die auf der Karte aussieht, Alter. Das ist komplett dämlich. Die Karte aufruf sich den Marker gar nicht. Ja, ja, die müssen echt noch viel ändern. Ja. Das geht nicht darum, dass wir irgendwie das Spiel ändern, sondern einfach muss man eben die Performance und die Sachen dann einfach nur hinlaufen, so wie es gedacht ist, mehr nicht. Denken kann man immer noch drüber reden, dann. Ja, Loot-System und Steps halt so, das muss man ja auch. Ja. Das Loot-System werden die nicht ändern, das ist so gedacht und so gewollt, glaube ich, das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch vielleicht schneller irgendwie hinkriegen sollten, aber ich glaube, das System an sich, das wird so bleiben. Einfach, wenn du da über den Loot läufst, dass dann die Liste von den Sachen kommt, die da liegen und dann kriegst du einfach drauf, dass du ihn mitnehmen willst. Das geht viel schneller. Ich fliege direkt links zu den Häusern und gucke schon mal, was da geht. Das ist halt an sich jetzt auch für Dinge eigentlich viel einfacher aktuell für Mausspieler und so. Nee, das finde ich nicht, Digga. Das finde ich schon. Nee, du kannst es ja nicht mal einfach so rüberziehen immer, Digga. Du kommst mal packt. Das geht ja nicht, das geht ja nicht, Digga. Das packt ja rum. Du siehst die ja nie. Du kannst dich einfach looten, Digga. Deswegen manchmal geht es gar nicht. Du kannst doch nicht auf das Item, auf der ganz rechten Spalte. Ist das irgendwie meins? Wenn du den Rucksack aufmachst und die Platte ist ganz rechts auf der Seite. Ja, ja, natürlich, dann kann man drauf rein und runterziehen. Man muss das ja auch nicht ziehen. Es gibt einen Knopf, da rüstest du dich direkt in deine Tasche aus. Du brauchst ja nicht nur hinziehen. Du brauchst aber trotzdem erstmal mal drauf mit dem Fadenkreuz. Auf die Sachen, die du mitnehmen willst. Und dann brauchst du einfach nur deinen Knopf drücken, dann ziehst du automatisch drüber. Genau. Ja, naja, klar, das ist einfacher mit Maus, ja. Aber generell, da geht es ja nicht um die Schnelligkeit, sondern einfach nur darum, dass wenn du irgendwo drauf stehst, dass du dann einfach die Tab-Tasse drückst und dann siehst, was da liegt. Du musst dabei erst den Rucksack anklicken. Und manchmal ist das Buggy oder die Waffe anklicken und die Munde, die vor dir liegt. Und das geht ja immer nicht. Da steht ja immer nix da. Du musst dir zurücklaufen, läufst wieder drauf zu und dann hoffst du, dass da irgendwas steht. Und das geht halt nicht. Wenn du einfach nur über die Sachen drüber rennst, dann öffnet sich so eine Liste mit den Sachen, die auf dem Boden liegen, das wäre viel einfacher denn. Und dann würde man zum Beispiel ein, zwei, drei, drei, vier und eine Tasse drücken und dann nimmt man die mit. Das ist viel zu lange. Wir machen jetzt den vorletzten, Digi. In dem sind aber auch noch überall Kisten drin. Ich guck mal, wenn wir den letzten machen, wir vielleicht noch irgendwie... Äh, dann Waffen kaufen nochmal vielleicht. Mal gucken. Wie sind noch Kisten da hinten drinne? Der RPK finde ich, sagt Bescheid am Boden. Nee, RPK, okay. Die müsste ich noch ein bisschen leveln. Der Fein nähert sich? Der ist ja der drüber, der fliegt zu unserem Ding hin, genau zu unserem letzten Auftrag. Einer ist daneben. Sicher, sicher. Eine Kiste bei mir. Ist die oben drauf, die Kiste oder was? Ich hab noch diesen Dreierwist, da hast du ja, ja. Ja, ja. Ich lass jetzt einfach mal die Lachmann liegen mit drei aufsitzen. Obwohl, ne, ich nehm die Lachmann mit, Digi. Warte kurz. Mir sicher reizt, als mit dem Dreierscope-Waffe zu spielen. Wie machen wir das jetzt? Soll ich aufmachen? Für Geld? Was hast du für ne Waffe? Ich hab der SP ja, erstmal. Ja, scheiß drum auf, der Ding. Hat schon wieder so gelackt, wie ich gedacht hätte, dass... Ja, ja, ja. Fest zu können, Digi. Noch Waffen, Kurven, genicht, Digi. Mal hinter zu dir. Waffen kaufen. Ja. Vielleicht ne Munitionskiste, vielleicht gleich mitkaufen. Sicher, sicher. Die haben auch gerade einen Auftrag gemacht. Wir haben null MP, Muni. Bei einem Mac. Und wenn er den Gip und dann vor mir nicht stirbt, dann bin ich halt down. Kann direkt noch ne Drohne kaufen oder Muni-Kiste halt. Hier oben wäre noch ne Kiste, aber scheiß erstmal drauf. Aber wir gehen jetzt nicht auf Waffenlevel. Wir gehen auf Push oder was. Hol ich mir, glaub ich, erstmal ne MP raus. Und die Sniper nachher am Lodi vielleicht. Die MP wird jetzt mehr Sinn machen, wenn wir sie zu Stronghold, sag ich mal, gehen. Ich weiß ja nicht. Obwohl, ich hab ja eigentlich ne gute MP. Ja, Tag M war das. Ich hol mir denn meine Sniper raus. Shit happens. Ja, Muni-Kiste gönn ich. Woll ich mir noch kaufen, Digi? Ja, ne? Oh, es gibt, doch, es gibt eine. So, hier, Muni-Kiste liegt. Das ist ja gar nicht die MP-Ding, sag mal, die ich hab. Eine andere. Halt die ja gar nix. Wollen wir jetzt die Stronghold-Aufgaben? Das ist genau gegenüber hier. Oh. Ja. Ich glaub, es war jetzt nicht die besten Waffen dazu, aber... Feindliche Drohne über uns. Hinter uns aber nicht gegangen. Die machen auch nen Auftrag vorne. Da, 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 da. Wo denn? Ach, da. Digi, ich treff nix, Bro. Shirtbreak? Digi, ich treff nix. Wo ist der N-Bro? Sag ich, der Farben hat nur der Aim hier grad. Na, ich auch noch nicht. Wo ist der N-Bro hin? Das versteh ich schon aber nicht. War nicht so leicht mit der TAC-V dann dahinter. Das ist dann halt eine Schüsse, wenn die rechts und links laufen. Die TAC-V ist halt die beste, wenn du so... Weil die TAC-M hat ne viel zu langsame Feuerrad. Die TAC-V ist halt wesentlich besser. Der Rucksack hier. Na, gönn dir ruhig. Nimm dir ruhig. Na, ist nix so. Ich hab der Rucksack nicht gefunden. Tja, wie hören wir's jetzt angehen? Da fliegt einer ganz weit hinten. Der Ding ist weg. Der ist trotzdem noch drin. Da kann man trotzdem noch rein. Das kommt dann wieder. Die haben halt die Dronen, wa? Haben die ja, kann sein. Wahrscheinlich. Da kann ich auch woanders hin. Da bin ich doch nicht so gut dran. Die Dächer auch drauf achten. Stepp's? Ist hier drinne? Genau links neben uns. Drum drauf wahrscheinlich, Dicker. Vor mir ist einer. Da hinten läuft noch einer. Ist ein Bot oder was? Ne, ist so ein echter Gegner. Da ist noch einer vor mir. Oh shit. Der lasert mich. Der ist lower. Der dürfte nicht viel haben hier vor. Hab ich. My Selfie, Alter. Mach doch, das geht nicht. Dicker, es ging nicht, Dicker. Ich hab auch schon länger aufgehört. Ich konnte auch nicht aufhören. Ich hab keinen Dreiken mehr gedrückt gehabt. Das ist wiederum. Da liegt ein Schlüssel, da können wir das Blackside Gebäude rein. Auch über anderen Gebäude eventuell. Da vorne wieder. Bot oder was? Ja, war ein Bot. Blackside haben wir markiert. Mal rüber oder was? Ja. Hinter uns ist das, rechts ist das Blackside Gebäude. Da sind Bots auch. Ja, rechts hier bei mir ist das Ding. Oh, kommst du? Ja. Du hast Debs? Trotz, oder? Ich weiß ja nicht so schnell, wie der läuft. Hier geht's rein, wenn wir hinten. Verschlossen, du hast den Schlüssel, oder? Ja. Drohne hab ich. Ja, von links hältst du noch eine Drohne sogar zu mitten im Leben. Das sind echte Spiele hier, oder? Nee, 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 nee. Da ist ein Sakernot, Digga, vor mir. Da ist ein Sakernot vor mir, Digga. Hallo. Hallo. Wo machen sie die Bots? Seid ihr so, wie es ist? Die Gegner kommen gleich am Varsack. Gigi? Na, Platten geben. Und den Gas noch gedauert, das Gas-Ding dort. Jetzt aber noch, der stirbt nicht, Bro. Äh? Ich bin der P-Money mehr gleich. Ja, ich glaub, der heißt, die Rüstung ist raus von dem. Oh shit. Der hat einen Headshot gekriegt. Nochmal ein Headshot. Nochmal, der hat vier Headshots gekriegt. Jetzt kann man, ist oben drauf. Gegner, glaub ich, bei mir. Nee, normal nicht drauf. Ja, ich glaub, Gegner, oder? Oben ist die Scheißding, Digga. Wir müssen noch eins höher. Ja, komm erst mal hoch. Und der Clamer ist mal hingestellt, ist auf dem Dach sogar oben. Kann sein, dass da aber Gegner jetzt sind. Machen wir mal ein Prezi drauf. Ich hör, glaub ich, ein Gegner runterkommen. Über uns, glaub ich. Das sind Bots vor mir. Über uns sind sie, ne? Das sind Bots. Wir sind am Loading. Was ist das hier drüben? Das ist verwachtes Loading nochmal. Nee, das ist unser Loading drüben. Schau, ne Drohne raus. Echt? Das ist ja eh ein. Unter uns, ja, die sind unter uns. Kicken wir auf den Dach von nach unten. Oli? Was du holst die? Jo. Du bist denn, die sind ganz unten? Wir kommen denen, die noch nicht ganz unten. Komm mir die Treppe. Hier kommen die Treppe hoch, oder? Stimmt gleich, ja. Geht jetzt in die Sicherheitszoll. Kann auch die andere Seite hochlaufen, wa? Meine Klemmung, einer reingelaufen. Hast du den? Nee. Ja, ich lowe der Slot, kommst du runter? Ja, ja, ich hab gar so eine Granate in die Fresse, ich krieg. Komm mir. Dicker, ich kann nicht laufen, du blockierst mich. Hör da, sie ist raus. Mach die weg. Mach die weg, die. Mach die weg, mach die weg, die. Wir müssen drunter springen, einfach hinten irgendwo hin. Scheiße, boah, wo die Schlitter kommt. Die scheiß Granaten von unten nach oben, Alter. Ich bin da nicht mehr weggekommen, Mann. Ich komme gleich auf der anderen Seite, Mann. Können wir was holen noch schnell, haben wir shot. Mal heim, Baukottschein. Ich mach eine Drohne, ich hab gleich raus. Hinter uns sind noch zwei weiter weg, aber. Die kommen drei, das sind zwei Teams da, Dicker. Die sind einfach weg. Ich hab Bock, hier zu fighten, Gott. Lass uns die anderen vielleicht vor mir holen. Nee, vor uns sind noch ein Team, Dicker. Lieber das holen. Hast du eine Gold? Nö, nur Platten. Ich tu noch eine Drohne. Drohne geht nicht mehr. Doch, hab ich gekauft grad. Okay, ich konnte keinen mehr holen. Die sind über uns, Dicker, der Spiegel runter, der Dude. Hab ich, headshot. Der andere schießt mich auch ab. Das sind die anderen Laser-Anwendungen, die mit der Granate finishen. Äh, hab ich nicht. Der andere hat auch mal ein Schilder gekriegt von der Sniper. Okay. Alle beide? Jo, beide, beide. Sauber. Drohne raus. Links noch ein Team, Bro. Links noch einzelne. Da oben drauf, oder was? Was ist denn jetzt hin, der links war? Der ist immer noch da oben drauf. Der ist auf unserer Höhe, ist der Dude, aber. Genau vor mir. Ich kann dich hören, Bro. Ich komme. Der ist oben auf dem Dach. Der ist oben auf meiner Lodi-Kiste, ja. Was sind die Scheiß-Pots, Alter? Ich bin voll Idiot. Der ist vor mir, Bro. Oh, jetzt fällt der Leiter hoch. Das ist so ein Ding, oder? Was ist denn? Wir sind nicht auf dem Dach, glaube ich, oben. Das ist okay. Wir haben diesen Scheiß. Bot-Heddy kommt da. Nein. Bot-Heddy. Ich bin hier weg, ich mag den Ort nicht. Die Lodi liegt noch mal unter uns, aber wir haben ja eigentlich alles. Ja, Ghost habe ich noch nicht. Da ist die Lodi-Kiste, ist genau unter uns. Also die Blackside, ich habe auch Ghost. Wir können die easy abämmen, eigentlich hier, abcappen. Ja, aber wenn einer über uns ist, dann haben wir Pech. Wenn wir den Baum hier oben rein, mit dich rein? Bei dem Blackside, weil er mit dich drauf ist? Ich würde ja auch liebsten das hier noch rein, irgendwie, aber. Das ist das Höchste hier. Da komme ich nicht hoch, oder? Und nicht mehr da, wo du bist, Bro. Iggy, da schießt einer auf mich. Wir müssen ja in der Muni-Box droppen, Diggy. Ich habe nichts mehr. Ich habe die doch gar nicht, wo habe ich denn die? Ich habe die doch gelobt. Wir haben die doch gelobt. Du hast einen. Es hört halt nicht auf mit dem Box. Das ist das Problem. Lass uns weg hier, Digga. Ich mag das hier nicht. Ja, lass uns das Kopfgeld vorne nehmen und dann... Ja, ich gehe hinten rum, Bro. Ich gehe ganz hinten aus und ziehe mich hier wieder hoch. Weil ich bin bei einem Schwer-Sniper-Muni jedes Mal. Ich habe auch Sniper, aber du brauchst ja viel mehr als ich. Ich hätte ja noch den Muni-Kisten mitnehmen können. Sniper-Muni insacken können. Aber weißt du ja, ich kaufe ja noch mal genug Cash, alle beide. Ich habe auch noch eine Drohne, Bro. Ich habe auch noch eine Drohne, Bro. Wir haben beide, wir haben beide Easy-Loss. Ich gucke, ob ich die sehe vielleicht. Ja, schon mal leicht im Berg hoch, glaube ich. Boah, die müssen ja kommen eigentlich. Die müssen wir sowieso hoch, ja. Warte mal, Bro, die, wenn jetzt oben ein Team kommt, Digga. Ja, das ist... Da fliegen zwei. Die fliegen genau vor uns runter, aber ziemlich weit nach hinten. Ungefähr 100 Meter. Aber die sind nach rechts runter geflogen. Kann sein, dass die zum Lodi geflogen sind oder nee, zu uns. In dem Fall, ja, die sind zum Lodi geflogen. Das war genau die Richtung. Den Berg oben drauf. Ich empfehle die Sicherheitszone. Da kommt ein Auto gefahren. Da wird laufen, meine Welt. Auto. Ein, ich habe einen rausgeschossen, Bro. Auf einen? Ja, er hat auch laut, oder? Der hat sich wieder, glaube ich, Digi. Der hat sich wiederbelebt. Digi schießen ab, am Auto, am Auto, am Auto, am Auto. Habe ich down, oder? Ich glaube, der ist K.O. Da bin ich sicher. Ja, 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 ja. Wiederbelebt vor uns, oben am Berg. Das ist Kopfgeld, oder? Das ist Kopfgeld, genau, ja. Dann lass doch einen Berg gleich hoch, Digi. Da ist noch eine große Tasche für dich. Großer Rucksack. Kann man ja nicht aufheben, oder? Kann man ja nicht aufheben. Ja, ist wieder bei dir. Dann nimm dir ruhig, nimm dir ruhig alles, nimm dir ruhig alles. Nimm dir ruhig alles, nimm dir gut. Nö, nö, ich hab nur die Platten, wenn du noch Platten brauchst. Alles gut. Ich hab nicht hingeguckt, die hat jetzt immer Buggy sind auf dem Sack, die sind ja da. Eine Kiste irgendwo. Muss in der Shop, Shop. Ich hab hier Beute gefunden. Ich glaub, wenn du uns komplett erinnern wär, hier müssen wir auch aufpassen. Das ist ja auch gar nicht okay. Das ist ganz gut. Das ist ja noch nicht locker. Der Helikopter fliegt da oben. Das ist ein Bot-Heddy. Das ist ein Bot-Heddy. Ich bin hier oben, erst mal? Hinter mir? Oh, Shit. Links von mir, irgendwo. Ich sehe sie noch bei mir. Ich sehe sie noch bei mir, sind die hier. Wir sind raus gerade. Sie sind die Autosatte. Wo? Über dir? Bei mir oben, genau. Noch einer über dir? Das wird schlecht, ich hab keinen Platten. Ja, gute Hit. Den nicht mehr. Auch nicht, ich hab Angst, dass ich von hinten kommt. Ich geh jetzt wieder hoch. Ich weiß nicht, wo dahin ist. Unter mir läuft der. Lauf unter mir. Nice. Gehst du mal was langsam übrig hier, oder was? To lootpimmel, du. Alter, ich krieg nicht irgendwas. Ah, den Typen, wissen wir nicht was über uns? Eine Drohne, glaub ich, Bro. Genau. Ja. Beim Shop, die kommen bestimmt vom Shop aus. Seh ich hier oben aufm Bergkopf schille. Aufs Dach, oder? Aufs Dach, ja. Aber wir müssen in die Zune rein, Digga, eigentlich. Oh ja, stimmt auch wieder. Ich seh, die kommen, die kommen schon zu uns, Digga. Der ist bei dir hinter dem Haus, lass uns erstmal weg, oder? Ich hab ne gute Pose, die sehen uns nicht. Prost. Ja, bei mir, genau. Genau unter mir. Genau unter mir. Weiß nicht, wo sie rauskommen können. Die sind nach rechts weggelaufen, also noch rechts von mir. Ja, ich würde sie sehen, wenn sie die Straße rechts überqueren. Ja, ja. Sie sind weitergelaufen, glaub ich. Sie sind nicht. Vor mir. Unten, oder was? Unten, ja. Ich sehe noch keinen, Bro. Siehst du den? Äh, vor mir irgendwo. Machen die den Auftrag, oder was? Die haben gefightet gerade da. So, nicht da. Immer noch Steps unter mir. Ich sehe noch keinen rauslaufen. Ja, die sind unter mir auf jeden Fall. Die sollen auch noch mal hier. Was sagst du denn mit Ghosts in meinen... Jo, wie schnell ich tot bin, Alter. Und wo? Ja, unter mir. Weil die kommen nicht so schnell hoch. Alles easy. Doch, kommen sie anscheinend. Ich kapiere die Gegend nicht. Ich kapiere die Gegend nicht. Wo sie überall hochkommen. Keine Leiter gehört. Das ist ne Meter neben mir die Leiter hoch. Ne, das ist mir nix. Na, die TACM ist es eben nicht. Ne, ne. Das ist auch nicht der... Nicht bei so ner Lobby hier. Ne. Bei dir da n Shop, da könnte ich mir Waffen in mich holen, eventuell. Ich wurde angeschossen auf jeden Fall. Weiß nicht von wo. Wenn wir so viel Damage und keine Kills machen... Ja. Wie langweilt mich, Alter. Soll ich denn jetzt so n Sachen... Ich fühl mich hier nicht sicher auf dem Dach. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben die Leute hier haben. Ich auch nicht. Also allgemein mit Schill, wie viel Leben die hier haben. 200, 250. 300, oder? Ne, ich glaub 300 ist zu viel. Mit den 3 Schildern, glaub ich schon. Oder? Ich glaube nicht, 300 hatten wir doch in dem anderen Modus da. Oh, so n 1, glaub ich. Ne. Ich nehmt der Shop, ich glaub ich nicht sicher. Ich wurde von irgendwo angeschossen von der Seite. Ich kann ja erstmal ne Fennec rauslegen. Ja, aber du hast ja nur ne Sniper. Das ist egal. Das sind ja auch keine Schau. Die sind hier vorne, die... Das ist halt Dore, oder? Das ist halt Dore, oder? Die sind... Die machen ja die Aufgabe. Sicher? Jojo. Dann komm ich jetzt mit hinten da. Tür auf dem Dach. Das ist ja doch die ganzen Platten, was wir gekauft haben. Ohne Drohne. Oder mit ne MP vielleicht, eventuell. Ne MP hol ich dir. Ne, nur Scar nämlich. Fennec liegt draußen. Äh, hast du noch MP-Money oder Eier-Money? Ich hol ne Muni-Kiste. Nice, Bro, das ist richtig. Wir sind erstmal hier hoch. Gibt's da Platten, äh, so nen Rucksack? Platten kann ich dir, kann... Ich kaufe nochmal Platten einzeln. Hab ich, hab ich die noch. Muni-Kiste liegt. Ich hab nur noch eine Platte, Digga. Ich müsste nochmal kurz kaufen, denn... Da liegen noch richtig viele Platten, Digga. Achso. Die haben das auch gemacht hier. Den Platten kaufen und Waffenlevel. Nice. Tja, rechts kommt welche, Digga, bauen wir die rechts voll? An der Wand entlang hier. Jaja. Bin oben drauf am besten, dann kann ich die snipen. Die sind rechts neben uns. Ja, Klaus, hinter uns rechts war noch einer, Digga. Hinter uns auch noch einer, der ist unter uns genau gewesen. Yo, 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 die sind gut drauf da vorne. Holy shit. Die zwei links sind richtig gut. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Welche Drohne über uns? Links auf dem Berg sind auch noch welche. Feindliche Drohne über uns. Einer K.O. oben drauf, One-Shot. Anderer Chill-Break. Einer K.O. einer, One-Shot. Aktiviere Link. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Will ich einen Prezi holen vielleicht? Ich kann nicht mehr runter, Digga. Gehen und euch auch ein Dopp. Friet sie bei uns drauf. Ich stehe hier außen lang. Ja, wir auch. Egal, wir müssen hier da vorne hin. Oh, über uns, über uns. Ja, hab ich gesehen. Kannst du nochmal looten? Die war auch schon gelootet. Ja. Tja. Über uns sind noch zwei Leute genau über uns umgangen. Hey, shut up guys. Shut up bro. Ja, die hören dich, das ist immer scheiße. Die wissen trotzdem nicht, wo wir sind. Wir können rechts sein, wir können links sein. Dann mach ich's auch hin. Wir wissen, okay, ja. Im kleinen, wo du Besprecht hast, legen die auf Y oder so. Dann kannst du ja mit denen reden. Mhm. Sind drüber der eine, der andere ist gar nicht mehr drauf. Oh. Beide links, oder? Guck da jetzt mal kurz hinten, Digga. Da geht's gar nicht so lang, wo ich langlaufen wollte. Scheiße. Wollen wir die links pushen? Ja, ja. Ich komm. Ich muss hinter der laufen. Es dauert ein bisschen. Ich da bin, bro. Ja, vor mir. Wo ist der hin? Ich bin gestunnt, glaube ich. Ja, ich bin gestunnt. Eine Granate geschmissen. Dreierwässer liegt auf dem Boden, glaube ich, lag da. Oh ja, die brauche ich jetzt zwingend und dringend. Ja, aber trotz dessen, dass der Jammer schreckt kack ist, brauchen wir den. Damit rechnen die nicht mehr aus der Hüfte, einfach nur. Hier die Grasmaske liegt ja noch drin. Jawoll. Die liegt im Beutel. Die da vorne ist meine. Da liegt die, ich muss im Beutel reingucken, bitte. Ich muss meine wieder snacken. Wenn ich sie nähen könnte, wieder. Ich krieg meine auch nicht mehr, dicker. Ne, ich krieg meine Gasmaske auch nicht mehr. Hier raus. Dann müssen wir mal kicken, wie wir das machen. Bauen sie oben. Die sind Treppen oben, dicker, hier bei mir. Ne, ne. Eins weiter sind die noch. Achso. Ne Scheiße. Dass ich das hier wusste hätte. Ja. Hier ist ne Tür. Sind ja erstmal drinne hier. Links gegenüber wohl sind die gewesen. Auf dem Dach oben, ja. Ich geh eins weiter, ich geh eins weiter. Ich geh eins weiter. Der aimt auf mich, der snipe mich weg. Kannst du eins weiter laufen? Mach ich gleich, ja. Der ist tot? Der hat der Mutter. Um auf dem Dach ist einer noch. Ja, ja. Komm zu dir. Der aimt mich ab. Immer noch oben auf dem Dach. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Will ich denn nicht mehr snipen? Wenn der oben guckt, müsste ich eigentlich kriegen. Shitbreak. Cluster nähert sich bei uns. Cluster Chrissy. Das ist irgendwie so geil die Drohne was wir haben. Jo ist echt so. Wollen wir die her eigentlich? Ja wir haben doch den Blackside den Schlüssel gefunden aus Stinger gemacht. Achso. Deswegen kriegen immer ne Drohne, ja. Gegenüber sind auch noch welche drin. Das müssen wir markieren. Aber immer wenn man die Kiste aufmacht. Gehackt. Dann hat man da auch. Hier ist noch ein Team drinne und hier ist auch noch ein Team. Das sind vier Teams. Vier Teams sind das drin. Drei sehe ich aber nur. Eins, zwei, drei oder vier alle Teams. Okay da sehe ich auch gerade einen außerhalb der Zone eins noch. So man kann ich ja gerade auch snipen hier raus. Ich habe hier gar nichts liegen. Shitbreak da oben. Shitbreak ja. Wir haben halt nix. Ne. Die anderen kommen jetzt aber zu uns. Die anderen kommen von links. Sind die bei dir? Siehst du die? Aber die kommen von da. Die müssen auch von da kommen. Ja, müssen die auch die fighten. Auf dem Dach wieder oben. Auf dem Dach oben oder was? Ja, auf dem Dach oben bist du Bro. Unten, unten, unten. Die unten. Nein. Ganz knapp rechts. Andere Mann. Die anderen sind links. Die letzten beiden sind links von dir. Oder vor dir genau. Vor mir gerade was zu sind. Ja, hinter mir da war auch noch einer. Ja, ja. Auf rechts weiter, oder? Auf rechts weiter. Rechts, rechts, rechts. Auf einer hinter mir. Ist oben, oben, oben. Hast du noch ne Gold näher? Ahhhh. Ah, ärgerlich. Ahhhh. Junge, dieses Moven hier, Alter. Ja, ja. Du kannst auch so langsam dann nur noch Moven. Achso, du machst trotzdem nicht bad, Alter. Geht doch. Aber so macht's mehr Bock, Alter. Nur auf Aufgaben. Du macht's mehr Laune. Immer wieder Action. Snipen macht mir übelst Bock bei dem Cut-Game. Grüß dich erstmal, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Da, 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 da. Ah, Mann, Mann. Ich will hier was machen, Mann. Irgendeine andere Sniper-Support-Waffe, Dudes, irgendwas anderes. AKU ist halt geil. Die macht übelst Laune. Die Kastorf meinste? Ja, ja, Kastorf. Das würde ich auch noch mal reinhauen. Ich habe jetzt die AK auch mal drinnen mit der P90. Einfach mal aus Laune, wenn wir mal zum Lowndy kommen, mal ein Stromgewehr zocken. Ansonsten haue ich mir die Kastorf jetzt mal wieder rein. Ja, kannst du wenigstens auch auf Klaus spielen oder auf Mid-Venchy, Kastorf. Ja. Das ist das Gute daran. Kastorf, zack. Lag. Lauf brauchst du da nicht. Allie. Ja, Waffentüling habe ich jetzt doch nicht mehr. Ich habe das nicht mehr geschafft. Ach scheiße, ja. Zack, zack. Zack, zack. Ach scheiße, ja. Grüße Marcel, Markus, Niklas, Daniel, Carly, Nicolo. Grüße. Grüße euch ihr Lieben. Wenn ich die anderen Zuschauer bekomme ich über Lust darauf zu spielen bin, aber bei was am Fall der Noob... Ach Digger, kann man doch nicht sagen. Guckt doch mal wie oft ihr spielt oder wie oft ich spiele, ist doch immer wieder ein Unterschied. Ihr müsst euch einfach auch mehr zutrauen. Dieses Rumgecrouch und das Ängstliche habe ich am Anfang auch so gehabt. Das kriegt man nur auf die Fresse, Alter. Einfach mehr zutrauen. Auch ruhig mal, wenn ihr wisst ihr einen Gegner macht einen Jumpstart, wartet aus der Hüfte. Damit rechnet der nicht. Aber die ist auf Sprechtaste umständig. Ach so, siehste. Wenn ich das machen kann mit so ein schwarzer Bildschirm, Bro. Ja, bei mir auch. Nee, jetzt geht schon direkt. Ach so, ich lade spielen, okay. So. Dann kicken wir doch mal, wo das geht. Du meinst generell in Sprachstät oder was? Ne, halt einfach auf Audio gehen. Dann auf Sprechtaste nicht mehr auf offenes Mikro, sondern einfach auf Sprechtaste. Ach so, die Sprechtaste ist Y bei mir. Nein. Okay. So. Ach so, die ist in der Zone, Bro, Alter. Wenn man einfach mal hinten runterjumpen, sind wir schon mittig drinnen und können mal ein bisschen gucken, was da hielt. Geht Bock immer von außen in die Zone rein, das nervt. Na, wenn, Mikey, grüß dich. Für die erste Runde war es ja gar nicht so verkehrt, Leute. Ein paar gute Kills geballert. Auf jeden Fall habe ich schon wieder ein High-Ping, Latenz von 80 bis 100. Vielleicht ändert sich das gleich noch bei mir, wenn ich lande. Manchmal ist das auch so 5, 6, 7 Minuten lang, mitten im Game ist es dann wieder besser. Aber wenn das so bleibt, dann wird es schwierig mitkillen. Die müssen ja unbedingt machen, dass die Bots irgendwie andersfarbig zu erkennen sind, Digga. Da blickst du gar nicht mehr durch, wenn da ein echtes Team kommt, das nervt voll ab, Alter. Fix DNC-Bots, nachher kommt ein echtes Team rein. Irgendwie müssen wir das machen. Hier ist erstmal Kinn mit Fliegen großartig. Ich auch nicht. Dann kann man auf jeden Fall den aufhören. Pumkan kriege ich wieder eine Revolve, weil ich mich da auch geratzen, Alter. Das luckt auf jeden Fall bei mir. Gucken wir, ob es nachher weit weg geht. Also im normalen Fall müsst ihr runtergehen. Ich habe nur einen 60er eigentlich. Ich habe 80, 90er. Warten wir auch da hinten, ok. Ich habe eine Muni-Kiste gefunden. Das ist ja gar nichts bei mir. Keine Kiste, kein gar nichts. Geht's hier irgendwie hoch. Alter, das hat einen übelst guten Drop, wo er immer droppt. Das ist da irgendwo so eine Stadt. Ich weiß, ich weiß das, ich weiß das. Ja, ja, ich weiß das. Immer wieder da, wo die Tonne unter Wasser ist. Da kann man sich immer ganz oben einstellen lassen. Krass, Alter. Und manchmal geht auch ein Dings hier bei den großen Helikoptern rechts ins Haus, dann kriegt der ÖGLF 1000 immer zusammen. Aber das sind ja immer diese Reine Form mit dem Plus. Wo ist denn? Ich glaube hier oben. Ja, hier oben ist es doch. Das Dorf hier oben. Sag ich mal hier, ich sehe den Marker wieder nicht dick auf der Karte. Du musst ganz raus suchen. Ach doch, ja, sehe ich. Genau neben der Brücke links. Ja, ja. Aber da schürzen sich alle hin. Ich glaube genau wegen seinem Video. Genau da daneben. Warte mal. Wo ist denn das große Haus? Hier. Da ludet der auch immer und kriegt direkt ÖGLF 1000 immer. Guck mal, das ist der absolute High-Ort. Da kommen alle mit hin. Äh, wo? Kannst du komplett schnicken. Ja, mit in eine ganz große City, wo die ganze Runde hoch ist. Wo der große Heli ist. Kannst du knicken, dass der da was reißt. Wo ist denn der Auftrag? Ach, der Auftrag? Wie ist der da beim Auftrag? Oben. Liegt mitten auf dem Dach. Nach hinten wieder weg, Bro. Hey, du hast doch genau einen Einkaufsfall. Vielleicht können wir noch eine Waffe kurven, wenigstens du. Wenn wir die zwei Tresore gemacht haben. Oh, RPK wäre geil. Ja, ja. Musst du mal sagen, ich hätte doch reingepackt. Ich habe doch voll gelevelt. Ja, du spielst ja trotzdem deine Waffen, weiß ich mal. Ich kann doch trotzdem die kaufen. Ja, sicher. Können wir nix rundherum machen. Musst nur sagen, wie du sie haben willst. Oder die sozusagen, wie ich denke. Ja, bau du erstmal so wie du. Ich habe den noch keine Ahnung. Machst du den safe? Okay. Kannst du dir eine Waffe kaufen, Bro? Hier ist ein leichtes Rakin-MG, wenn du das haben willst. Ich habe jetzt gerade die Icarus, habe ich gerade. Danke dem hier und der Levin. Festung ist wieder am Start. Die sind bei uns. Ja, genau in der Nähe, Bro. Genau da drüben. Ja, ich würde sagen, wir machen den dritten Auftrag. Die kommen bei uns direkt raus, hier ein Heli, Digga. Ich glaube noch ein anderer Heli, ein richtiger Heli. Ja. Ey, das ist ein Aufsatz. Ja, sind auch Bots? Ja. Ach, Bots, ja. Warum sind denn bei uns so viele Bots, Bro? Ich weiß auch nicht, was ist denn das hier? Übelst heftig, Mann. Ey, gibt's hier was im Sins, oder? Einfach die Sarkin leveln und draufholzen. Hä, warum kommen denn hier Bots runter? Das war letztem auch schon so bei mir. Der hat mich gebumst. Ich habe so, ja. Wir müssen den letzten Auftrag erstmal mal mit Waffe gelevelt haben, Bro. Ja, dann kannst du da auch noch was wollen. Ja. Sollen wir eine Skama wieder rausholen. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Ja, ist auch noch gefunden. Der Niser rumdreht. Der Niser rumdreht. Der Niser Merser dort sind nochmal schlechter als der andere Merser von Warzone 1. Das Einzige, was da anhand ist, dass der halt übelst lange kommt. Der 4-5 Salen war Merser, aber die treffen eben nur dahin, wo du nicht hingezielt hast, Alter. Ja, ja. Die gehen links daneben, rechts daneben. Hier ist noch ein Merser, ich nehme die noch. Kann ich die mitnehmen? Ja. Kann ich die noch mitnehmen? Äh. Ein paar Fälle kaufen für dich. Ja, ein paar von Drohne. Hier ist noch eine Victus, falls du die mitnehmen willst. Ich hab das mal. Ja, ich hab das mal. Lass uns zum shoppen danach zu strong halt. Ich hab einen Prezi, aber nehme ich noch mit. Ich hab einen Rucksack. Liegt auch noch mal Geld drin. Haupt zwei Bucks. Drohne, gell? Hat er gesagt. Kann sein, dass die von uns gekauft haben, ja. Boah, das wird jetzt echt anlackig. Ich glaube aber. Ich glaube aber. Boah. Feindliche Drohne aktiv. Auch eine feindliche Drohne. Oh, oh. Rechts neben mir. Jo, alter. Holy shit, man. Kannst du vor mir in diese kleine Hütte hinlegen? Ich hab einen Prezi dran gemacht, Digga. Icarus. Ja. Muss noch einer sein irgendwo. Der hat jetzt genau die Drohne geholt, man. Ja, der hat er nicht. Wo ist denn der Shop, Digga? Rechts an der Mauer. Ich hab noch einen Mörser gehabt. Tone Drohne. Er bitte Aufklärungsüberfläche. Verdammt Drohne im Einsatz. Hol mir mal meine Scar raus. Dann machen wir den Auftrag da vorne. Ist Loading, aber es ist nur einer. Wohl einer groß wahrscheinlich. Rechts ist noch ein 1 da oben. Aber der ist so weit weg. Du könntest nichts mehr Auftrag machen da hinten. Wenn du willst einfach. Dann erst mal eine Waffe. Oh, ja. Stronghold ist mir zu stressig jedes Mal, Alter. Hat eine gute Mplay. Ich hab da mit Drohne drinnen. Ja, wir den Auftrag machen, Bro. Der Dude, ja. Da sind drei insgesamt. Die waren einfach sonst noch ein Team. Da hätte ich jetzt mal eine Sniper gehabt. Genau die Range, Bro. Der ist oben auf dem Dach. Darauf der Dude, glaube ich, oder? Doch nicht. Nee, nee. Mach da einen Köpper aber, Junge. Let's go, Alter. Oh, ich hab fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin voll mit dem Kinn aufgeschlagen. Ich bin voll mit dem Kinn aufgeschlagen, Großer. Alter, Zehne sind raus, Leute. Aber richtig, Junge. Holy Crap. Da war eigentlich Wasser drinnen. Sound hängt nach. Kann ich sein, Diggy. Bei dir. Einfach noch mal neu starten. Ich sehe es grad bei mir. Im Streamlabs sehe ich grad alles easy. Da kommt die Hauen ab. Der will den Auftrag bestimmt haben, Bro. Ähm. Die sind auch weg davon. Ist auch merkwürdig. Dann sind wir zurück wieder. Ja, würd ich auch machen, Bro. Sicherere die Inhalte. Einer ist grad nach rechts geflogen. Ja, so Vögel sind das jedes Mal. Muni-Kiste halt mal zum Auftanken. Wann zieht er sich denn da nicht hoch, der Spasti? Egal, es ist so affig. Leck mich. Mal jetzt hochziehen. Geh schon wieder vor, du Hessler. Sag halt mal Bescheid. Hochziehen oder nicht sagst du? Ich glaub, hier waren wir da rechts schon, oder? Ja, der war genau hier über mir eigentlich. Nehm ich auch scheiße. Ich bin weiter hinter dir. Ja. Der macht einen Auftrag. Vor mir auch noch einer. Oben? Und unten macht einer einen Auftrag, hab ich gehört. Ja. Hier unten ist er drunter. Dieser Sektor wurde geplündert. Runtergesprung? Ja, der ist hier unten drunter. Steingranate unten hin. Bred sie gar nicht an einen Cluster oder irgendwas. Bred sie gar nicht an einen Cluster oder irgendwas. Bred sie gar nicht an einen Cluster oder irgendwas. Keine Ahnung, wo denn? Nö, Digi, nä, nä. Was denn? Was ist los? Ja, was denn wohl? Hängen geblieben das Game? Ja, man. Ach was. Naja. Alter, willst du mich rollen, Alter? Jedes Mal, gerade wenn's spannend wird, bleibt das Verwurte-Pfotzengame hängen, Alter. Es ist nicht normal, Leute. Es ist nicht normal. Was haben wir denn drunter, will ich raus, Alter? Rotz. Das gibt's nicht, Alter, Leute. Gerade wenn's spannend wird. Gerade am Puschen, Digi. Es ist nicht mehr normal. Macht keinen Spaß mehr, ehrlich. Da wird's nicht lang gesauern. Ein, zwei Runden. So schnell wie möglich. Ja. Da sind die Spiele auch so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Was denn Bots sind das da vorne? Leute, was? Ich hab da einen weggeflext. Die Skar mit Charlie, mit dem H-Bringer, ist echt schon geil. Oder mit dem Zulu, was hab ich da drauf? Ich weiß es nicht. Ich hab H-Bringer. Ja. 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 Ja, ich hab nur Wachse drin. Ich nimm jetzt den Heli zum letzten Auftrag. Schießen die BOTS auf mich oder was? BOTS sind OP, Alter, ist erst hier So, da sind noch nicht so oft vor mir Leute Und runter Nämlich ein Raketenwerfer Oh, die Pumpkin einfach Let's go Feindliche Drohne aktiv Feindliche Drohne Ist im Game? Ja, ich bin drin Ich geh jetzt raus Ich hab jetzt fertig gemacht, jetzt geh ich raus Auftrag abgeschlossen Alles safe im Morgen Konnten sich meine Levelwaffe pumpen bei Level 15 Ok, und raus Na, Ben, grüß dich, Peter Carsten, schönen guten Abend, ihr Lieben Das ist abfuck, Leute, das fuck mich nicht ab Mitten in ner Runde Das ist immer nur denn echt, wenn du das grad nicht brauchst Immer nur denn in Late Game Oder wenn ich einen gekillt hab und den anderen grad pushen will Genau denn bleibt das Game stehen, Leute Soll ich den RPK reinhauen, Digi? Ja, ja Dann machen wir hier Das war ein LMG, ja Ja, LMG war das Ja, der Talon lauf, der Talon schalte ich nochmal besser Ja, ja So Willst du ein bisschen mehr auf ZV haben Oder lieber auf übelst stabil gebaut, das Ding? Ja, du kannst mir den Phase 3 und den Talon kannst du mir auf... Das hab ich ja, das hab ich ja drauf Genau, was willst du, dass ich tun da? Ähm... Ähm... Ding, aber was hast du noch drauf im Griff, oder? Oder im Schaft? Ich hab im Griff unten im Schaft drauf, weil ich mir das Ding spare Dann mach den... Ja, mach den... Mach den... Mach den Schaft und den Griff auf ZV und vorne den Lauf und die Phase auf ähm... Zielstabilität, also auf Präzision Was hast du drauf? Schlager, oder? Ja, ja, natürlich Ja Guck mal ganz kurz, ähm... Wie ich dann wieder das Ding ist Irgendeine krasse Farbe drauf knallen Guck mal da mal, wie das Ding abgeht jetzt hier Wie das Ding hier performt, Freunde Unnormal, Alter, unnormal Egal welche Range, das Ding ist krank, Alter Übelst krank Wie schnell die Daumen sind, Leute Guck mal die nach hinten jetzt an Wir fangen jetzt an zu schießen Das guckt dir das doch mal an, das ist doch krank Also das Ding ist wirklich heavy Das Ding, Leute, die APK und die Scar sind absolut krank Absolut krank Wenn ich meine Dings eigentlich noch getunt hab, meine Scar Die Scar hab ich auch nicht getunt, seht ihr? Trotzdem ging die schon so gut ab, gerade eben Hier hat ich sie getunt und hier auch So kann das bleiben Let's go Mich hat es heute viermal geschmissen Ja, gestern war es gleich auch gestern siebenmal Natürlich, Peter, was denkst du denn? Tobi, grüß dich Dem Bum 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 schwed popel bremsen jetzt eigentlich wachsen oder was? Nee, ich muss ja noch so in den Kurven fahren und live gehen. Was musst du? Ich muss so, wie ich gestern ausgesehen hab, einkaufen und live gehen. Mit ner Shockinghose, Unterhemd, Perücke. Was, hast du in der Wette verloren? Ja, wenn du 400 Likes hast, das tun mach ich das. Ach so, und hat der oder was? Ja, überall. Hast du denn den Kauflein, oder was? Ich fahr irgendwo hin, wo mich keiner kennt, Digga. Ja, der wollte grad so. Fünf Orte weiter, Junge, ist mir scheiße. Ja, da wollte ich ja nicht so in den Kurven. Aber dann auch in dem Kostüm wie Idee von New Kids, ja? Natürlich, mach ich ja. Ich zieh mir unsere Hände an. Ich zieh meine Shockinghose an. Mit dem Training dazu, genau. Ja, und ich zieh mir auch meine Hundehausschuhe an, Digga. Und dann geh ich da so in den Kurven. Das kenn ich nicht. So was ist für mich tausendmal schlimmer. Auch zum Beispiel das Subtreffen mit 20 Leuten. Wenn die anderen einen angucken, das ist für mich tausendmal schlimmer. Ich würde vor tausend Leuten streamen und würde mich zum Affen machen gar kein Thema. Weil ihr seht mich auch nicht, wisst ihr wie ich meine? Aber das Revealer, wenn du irgendwo da hingehst, da schäm ich mich sowas von, Leute. Das kenn ich gar nicht absolut was. Allein das Subtreffen war mir schon übelst unangenehm. Alle gucken sie einen an. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn ihr von der Kamera wisst. Welche Waffen kommen, die ich empfehle? Unterschiedlich, wir kommen auch an. Sniper auf jeden Fall, die Victus. Zusammen, entweder mit der BASP zum Beispiel, oder mit der Castor, kannst du die gut spielen, oder mit der Fennec. Und dann das Stormgewehr dann definitiv, äh, Scar oder die LMG der RPK. Das ist auf jeden Fall absolut kranker Dinger, die Teile. Man kann natürlich auch andere Waffen spielen, aber das klingt wirklich unnormal. Gönnt euch mal die Scar oder RPK, levelt die mal voll, tun das Ding. Unnormal krass, die Waffe. Ansonsten Sniper natürlich die Victus. Die Victus ist, glaub ich, der einzige Sniper, der Wonshot auf dem Head macht. Egal, ob die drei Platten drin haben oder nicht. Aber es gibt halt viele gute Waffen, Leute. Jungen, die scheiße Lockwood, Alter. Genug trainiert. Der hat zwei Platten drin, ich muss ihm drei Schüsse geben mit der Sniper. Lockwood war das, was ich leveln musste, Alter. Die Liga in der Westen haben drei Hits mit einer DMR mit der Lockwood. Und der Sniper hat drei Hits, bis der gerade mal Schildspeck hatte. Der hat gerade drei gegeben, den Typen. Der hatte nur zwei Platten drin, also immer noch Follower wieder. Da kommt noch ein bisschen, ich habe den Oberkörper drin, Hätte ich keine Ahnung, wir haben euch drei Hits gegeben, bis er Schildspeck hatte. Dann bräuchtest du normalerweise vier bis fünf Hits mit einer DMR. Digga, dann nimmst du dir einfach die scheiß SO rein oder EBR. Bapp, bapp, tot. Und der Lockwood, boom. 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 Also die EBR, das war schon übelst krass, hat mehr Damage und Headshot, äh, One-Shot auf zwei Platten. Aber die SO hat eine doppelt so kranke Feuerrate, Digga, das macht so Bock, an die habe ich echt gerne gelevelt. Weil da hast du einen 50er Mech bei der SO. Absolut krank, der Teil. Guck mal nachher nochmal socken. Ich bin mal gespannt, wo du markierst. Äh, ein bisschen Action kommt von Anfang an, bisschen mehr Action hier. Okay, let's go. Dankeschön mit den 200 Sternen, die gehe ich hin. Vielen Dank, Bro. Hier natürlich auch noch ein schönes Wochenende, schönen Abend. Danke dir, Thomas. Lass doch gemeinsam oben auf dem Dach landen, da im Haus. Das ist zwar der Auftrag, aber lass es einfach zu sein. Okay. Ja, nützt ruhig die Pistole. Ich bin immer auch früher weggerannt, wollte eine Waffe suchen, haben sie mich abgenommen. Die Pistole ist echt eigentlich gut stark. Ist das eine Waffe bei dir, Diggi? Ja. Hier geht's rein. Eine Sau. Man hört die wieder nicht, Digga. Das weißt du ja. Die können hier rumbelungen, man hört sie einfach nicht. Wo ist denn der Auftrag? Seid ihr mir hier oder mit? Hast du mir den Auftrag angenommen? Ne, hab ich noch nicht. Wo ist denn der? Muss er bei dir sein? Ich hör den doch hier. Wo ist denn der? Unter mir noch, unter mir. Das ist ja krass, wie die Safe sind, Diggi, Alter. Ja, nice. Nice? Die sind übers Gegenüber, der Rotz, Alter. Da schießt ihr die da drüben. Wir lachen, mein Kampfgewehr ist hier noch. Dankeschön, Manu mein Guter. Vielen Dank für deine Sterne, Bro. Dankeschön, Schnuckelhase. Krieg auch für dein Kompliment, Diggi. Ich weiß nicht, hier ist ja nichts bei mir. Hier sind noch ein paar Kassen. Die Kassen sind hier vorne auch, also an der Seite vom Fluss, glaube ich, sind richtig viele Kassen. Ich hab auch schon gut Kassen jetzt hier gefunden. Hier ist die LMS, die ist auch nicht relativ stark. Find ich die Drohne, Bro? Jo, hat er gesagt. Hat er gesagt. Hat er, Digga, hat er. Ja, hat er gesagt. Finde ich unwohl. Ich könnte schon eine Waffe kaufen. Wenn ich mehr raus aus dem Haus. Pannack ist hier noch mit zwei Dingern. Ich habe ja meine Kasshof, also ja. Oh, oh, oh. Alter. Das ist ein 3er weste oder ein großer Rucksack. Ehhh. Du sehens ruhig, wir sehens immer, Lute, Lute, du Lappen. Was sind das, ein M4? rüberschwimmen oder was wir uns waffen kaufen die ganze shop jeder eine im körper rinder 3er westen hast du nicht ausgerüstet? hab ich noch nicht sag da eine da vorhin hast du extra gesagt zu dir bei dem ersten save schon ich weiß ich nicht wo das war ne ne 3er westen wo müssen wir streamen ich weiß nicht habt ihr aufgepasst leute im chat? wo waren die 3er weste? ansonsten kommen wir gleich nach meiner raus kohle liege hier und soll ich dir die rvk kaufen? ne ne alles gut ich hole mir dann selber ach so doch ja klar sind wir so dämlich halt ich schätze es ja immer was ich mir auch an der kommen einkaufswagen hier rvk leakt nice wenn ich sie bekommen könnte heils springen über den gebieter bro nicht gesehen wo bei uns ja bei uns grüß da ich sag der ich hab zwei skars in der hand das scheiße außen hat er einen minimark im shop da fliegt noch einer über uns weiter weg ich hab mich aufgeklärt der dude wissen genau wo wir sind hier ist die drohne das team ist in der sicherheitszone wer die oder was? die drohe abgeschoss die sind da ja auf dem dach links neben dir irgendwo oder? da wo wir hergekommen sind auf dem dach da oben oder wo? ja 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 ich hab den gesehen der dreier west ist scheiß der ist übslow diga ist oben drauf ich markiert hab ich seh den da wieder stehen übslow wieder gute hits gekriegt der dude dreht sie dann hier dreht sie dann hier ich hab den auch nochmal nen schild bei gegeben naja muss der mei auch irgendwo noch sein sind drei besser bei mir oh ja brauche ich die tür gehört oder? ja unter uns oder? ist das nervig hier mit den häusern? ja ja witziger ja ich will mir ne drohne da holen man gib mir dein geld gib mir dein geld das will ich nicht machen probier einfach lass mal das andere raus wieder rüber kannst du mich abhemmen normalerweise dürften hier gehts runter wenn wir liegen normalerweise dürften uns ja nicht sehen wenn ich jetzt da nebenan bin oh no rechts 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 oben ich hab nix drauf gemacht ein mörderschlag drauf ich glaub die sind nicht gut hier bro unter mir und hinter mir hier vor mir ist einer im haus drinnen unten drinnen und hinter mir ist einer da der kommt der pusht mich leck mich doch die waffe ist schon wieder weg das ärgert mich hier man hört halt nix oh ab da mit deiner 4000 sicher deiner waffe gulag soldaten ich biete euch ein leben für ein leben tötet euer gegenüber dann bringe ich euch wieder Zeit zu töten Digga leck mich digga leck mich so low wie der ist ich hab nur nen scheiß mates digga leck mich alter du hast Pröbel betrogen zurück zur Basis mit dir ne der grisier hinter dir man hört sie einfach man hört diese Steps nicht er läuft und sprintet ohne Totenstille hinter mir man überlegen alter das hab ich schon genug gehabt man da stand n Meter hinter dir das ist so krass alter das geht gar nicht alter es ist so verkurt alter wie kann man denn so reinscheißen in dem game wie kann man denn so reinscheißen man hätt's verstehen können wir ins Totenstille aber so geht's gar nicht leute absolut net wie ich sich gestern aufm Boden geding ich hab am Haus gelegen an einer Eckkante aufm Boden gelegen ich hab nix gemacht und genau an der Ecke kommt einer zu mir der Millimeter vor mir kam in der Ecke gerannt hat mich abgekalt genau neben mir ich hab nix gehört wer ist so behindert Leute ehrlich danke nochmal für eure Sterne ich check gleich nochmal ab Johannes Dankeschön bei den 45-Kuss auf die Nuss mein Lieber vielen, vielen lieben Dank Manuel Party, Party, Party Tobi hat auch eh diegall Leute vielen lieben Dank Tom 200 Sterne hab ich überhaupt nicht mitgekriegt Leute vielen vielen lieben Dank vielen vielen lieben Dank für meinen Support Thomas dir auch mein Lieber schönen Abend noch Brudi Basti grüß dich alles fucks up Leute ehrlich warte es halt ewig in Gulach weil du machst sowieso nie Gulach bis du vier Leute zusammen findest ja auf der Map hier da stirbt eh keiner weil alle campen so auch dieses scheiß Ding im Du leckt mich doch Bro das kannst du nicht machen das geht gar nicht wie kann man sich denn von anderen abhängig machen wie willst du denn da ein Cashcam ballern oder Turniere 300.000 Dollar Turniere wie würden das hier funktionieren wenn du da auch ein Trottel im Gulach hast ja rechts 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 von hier ja jo alter hinter dir dann nachher dude Mein Matt hat beide nice schau mal das an alter wett'n der sie da wett'n der sie da wett'n der sie da wett'n die ohr herne Christian grüß dich da angeflogen gibt es Tappjungen beim Stehen das ist das für ne Sprache oder schnuckelputzzi ja vielen vielen lieben Dank für euren Support Christian Dankeschön wie gesagt Familientag ist getauscht ja Leute von Samstag auf Sonntag ja von Sonntag auf Samstag quasi Samstag war der Familientag jetzt ist Sonntag der Familientag ich bin quasi jetzt jeden Tag online in der Woche jeden Tag auch am Wochenende dafür aber Donnerstag und Sonntagabend nicht mehr ich steh'n okay schau mal in meinem Neuen ich weiß egal wenn du dich nicht packst Zell drinnen ging's im Zettel mal kicken ist auch mal guter Loot sichere die Inhalte mal rechts noch oder dachte mal Geld ne ne war vielleicht noch ne MP hinter dir ne was denn das hat dann das Muni oder was gewesen für die MP hinter dir rechts okay egal mir hat grad eine rechts Kiste glaub ich ich glaub rechts in dem Haus eigentlich bin ich auch in der Kiste drin aber scheißegal ja ja ich glaub in einem Haus wo auch noch einer drin ich bin mir nicht sicher Platte rein rechts in der Kiste drin ja rechts im Haus glaub ich links von dir quasi ne ne links von dir das Haus links genau links von dir das Haus links genau da ja die ist gut die P90 die ist richtig gut die ohne Scheiß ja ja ist auch nice oben rechts ne Kiste ganz oben rechts musst du die große Treppe hoch hinter dir die Treppe hoch da oben ist einer ja die ist so schlecht die Dinger da müssen wir ja mal gleich Zolleinstellung machen Dolby hast du aber an ja auf was hast du denn Dolby gute Frage ich weiß nicht ob Dolby an ist weiß ich gar nicht wenn das der Chat auch raus wird wenn ich kein Dolby an habe Markus also was geht denn los heute freu ich mich ja richtig drüber ja Nuckelhase Markus vielen lieben Dank für deine 500 Stelle Bro what the hell also vielen vielen lieben Dank für euren Support guys also gestern war es schon wieder heavy bis um 3 haben wir gemacht oder bis um 3 oder was ich konnte überhaupt nicht pennen ich war ich hab um 3 aufgehört zu streamläuten halb 4 und dann hab ich Timmy gemacht und ich hab durchgehend war ich mit wach bis um halb 9 um 9 und dann hat meine Frau übernommen Timmy war kurz vor 6 wach und der Hund musste raus und Timmy hat immer wieder geknault und hat die Milch gekriegt ich hab nicht geschlafen außer halt von 9 an bis bis 2-3 Stunden also Timmy und das war für mich ich weiß halt das war für mich halt dumm gemacht ich weiß halt dass Timmy immer kommt dann brauch ich nicht mehr pennen wie lange ich auch gestartet ja kannst du knicken du hast auch wieder nichts ich hab alles keine Ahnung man guck mal auf Audi was du da hast in Einstellungen bei Dolby und im Game boah das hat sich schon wieder rentiert das Game ist so verhurt das ist so verhurt das ist genau auch wieder genau die 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 Drogen angemacht haben Machen wir erstmal Audi im Game dann machen wir Dolby und dann machen wir mal das Command Center da hab ich auch was umgestellt ja im Game hab ich Kopfhörer Bassverstärkung ja hab ich auch dann hast du Dolby an Dolby da hab ich ja dann äh auf Film glaub ich stehen und detailreich ja hab ich auch mal gemacht eigentlich kannst du mal gucken ja ja ist an und dann gibst du mal eine Astro Command Center wie das heißt wo ist denn das Astro Command Center ja das hab ich noch gar nicht das geht ja mal runterladen das geht schnell halt nicht viel ist aber auch richtig wichtig jetzt aktualisieren klicke ich jetzt nicht weil das geht nachher wieder nicht das lass ich erstmal dann kann man denn muss ich das jetzt aktualisieren oder was ich kann nix anderes klicken muss ich das bei Astro Gaming der Rede runterladen nö ich geb einfach Astro Command Center ein bei Google musst du glaub ich nicht unbedingt da runterladen ja hab ich und dann dann klickst du auf runterladen du musst das halt nicht unbedingt bei Astro kannst auf einer anderen Seite runterladen das hat nicht viel MW MCP am besten auf Hüfte bauen ja kurzer Lauf Laser aus der Hüfte dran denn ich weiß ja nicht ob es einen Griff gibt äh hab ich grad nicht mehr im Kopf ich guck gleich mal Bro macht die Abschlüsse am besten free for all oder sowas Diggi einfach in der Ecke campen und warte uns einer vorbei rennt sag mir Bescheid wenn der Astro offen ist ich guck mal ganz kurz wie ich die MCP bauen würde ist das so ein schwarzer Hintergrund mit einem A drin? äh warte bei mir wo ist denn der ja genau ja so bau dir mal die Waffe zusammen Stefan wer war das ja Stefan ne wo bin ich jetzt hier drauf so Waffen Sniper MCPR so Lauf Lauf den ersten drauf Laser den F-Tag drauf Bindung würde ich weglassen verbinden sie ein Astro Gaming Gerät oder wechseln sie mit der verbundenen Gerät in den PC-Modus Na Jaja du hast das ja stecken das Kabel also was hast denn du hast Astro Am 40 ja oder? Ja das ist der ganz alte halt aber was hast du du hast ja trotzdem das ein Mix-Am drin und das Mix-Am hast du doch ein PC oder nicht? Jaja müsste ja eigentlich gehen ansonsten stellst du halt mal kurz drauf das Headset auf dein ne du hast ja nicht so eine Station was drauf stellen musst also bist du doch verbunden eigentlich bist du doch erkennt eigentlich steht da gar nichts oder wird jetzt bei dir? ja das verbindet halt aber das kann sie irgendwie nicht verbinden da steht verbinden sie ihr Gerät in den in den PC-Modus da kann man nichts klicken oder was? ne in den PC-Modus schicken wir mal ein Foto bitte ganz kurz bei WhatsApp ich glaube die Einschränkung ist sowas von wichtig wenn man die im Astro oben steht vielleicht geht das mit der alten Version von meinem doch doch das geht ich habe auch als Astro 40 bei meiner Frau habe auch was gemacht und du hast vielleicht das neue oder? nein Digga das Astro das habe ich länger als du das hast das ist einfach nur bei mir im Schrank gelegen war jahrelang weil es halt so eine 500 limitierte Version oder so das habe ich ewig lange schon ich glaube schon 7, 8 Jahre oder so seitdem ich zocke war mein erstes Astro überhaupt stecken wir mal einfach mal aus und an nochmal das ja das ist ein hohes Beste so ich glaube viel kann man da nicht machen Stefan Digga ist halt einfach abfuck ich gucke mal so jetzt rein ob man da überhaupt ein bisschen ja schon schwieriger ich meine das ist aber auch so eine kack Reichweite gerade du musst halt schon hier rankommen wenn du dich hinlegst irgendwo und wartest wirst du nicht einen Schuss mit dem Scheißteil aber ist auch weiter weg bei Free4All würdest du so nix treffen du musst halt wirklich an den Gegner näher rankommen quasi was hinter den laufen ne so trist du nix viel zu weit weg so der einzige Lauf der Mix-App ist ein Schalter PC und PS4 stehner schreibt Stefan wie bitte? Stefan schreibt der Mix-App ist ein Schalter das ist ja klar das wissen wir ja das ist ganz normal sonst würde er ja nix hören die ganze Zeit Bro ich lieb dass du helfen willst oh guck mal der erste Schuss direkt getroffen ne ne da passiert nix so bin das nicht wollen wir mal ganz kurz Dings machen über das über die App was steht denn da genau ich schicke mir mal ein Foto ja ich hab den, hab den ach so danke ich mach mal her hier Foto wenn du, lass mich kurz überlegen irgendwas mit Standardgeräten irgendwie reintun oder Mix-App ist ja ausgewählt Mix-App ist ausgewählt, PC hast du natürlich auch geklickt du hast das vorne drinnen äh ich hab's hinten halt reingetan steckt hinten drinnen im PC trotzdem hast du das auch verbunden das verstehe ich noch hm du kannst ja nicht mehr verbinden du kannst das ja du bist ja deine Basis-Station du kannst aber du kannst ja vielleicht das Astro einfach mit Klinke so reinstecken im PC geht das aus dem Klinkanschluss ohne dass du die Klinke in den Mix-App rein haust boah ja ja das können wir nächstes mal machen mit der Mix-App ja ich hab jetzt auch keinen ja okay nicht so weit so ganz kurz mal kicken glaub so so kannst du ne Chance haben aus der Hüfte wenn er halt dich geduckst glaub so ist die am besten Digi aber du musst halt wirklich näher ran bei den Gegnern anders geht's gar nicht kurze Pause bis gleich äh Alex wie findest du die Victus das ist für mich die beste Sniper überhaupt das ist die einzige die One-Shot macht auf dem Kopf Digi wenn die drei Platten drin haben so dann machen wir jetzt hier hä so wenn ich ihn grüße ich also bei der bei den Hüftabschüssen hab ich auch verzweifelt Digi das ist richtig assi ich glaub das war mit einer der schwierigsten Aufgaben zum Glück ist das nicht bei allen Sniper gewesen diese Aufgabe aber da hab ich auch voll voll absolut verzweifelt Brudy einfach irgendwo hin campen 3 for all und warten da läuft immer mal einer vorbei da hast du Glück ich glaub da geht's dann wirklich am schnellsten dann musst du wirklich auf kurze Distanz auf kurze Ranger irgendwie versuchen ansonsten hast du eh keine Chance man muss auch Geduld dafür haben ja das ist einfach passt vielen Dank ist mir schon weitergeholfen super so Waffen es ist einfach das war sondern es ist einfach es ist einfach ein ein heftig alter wenn man da mal trifft dann absoluter damage die waffe welche sind noch wollen es gibt keine die wollen es ist auf drei platten christian gibt es nicht habe ich alles schon getestet gibt keine andere die ist in zwei platten sind denn ja aber nicht mit drei platten wo kannst du auch bei jcon nachgucken das ist getestet gehabt stärksten aber die heavy snipers die mcpr und die signal die machen keine one shot auf dem kopf bei drei platten haben wir alles schon probiert live im stream haben wir alles schon gesehen gehabt da war vor mir die gegner haben durch den kopf rausgeguckt immer noch chill break gewesen und das ist noch zwei leben übrig selbst wenn du mit der mcpr und hedger trifft haben die leute noch zwei leben über ganz ganz wenig leben was hat dem leben seid denn noch Ich bin die Franzosen. Das ist immer nicht böse, wenn ich sage, dass das Victus die Einzige ist. Aber Christian, du weißt ja nicht, ob er volle Platten drin hatte, weißt du, ich meine? Der kann ja auch über drei, zweieinhalb Platten oder so drin gehabt haben. Das ist es ja. Wenn du nämlich drei Platten drin hast mit der Sicle und mit der MCPR, ist der Gegner nicht down, sondern er hat noch zwei HP über. Ja, der hatte wahrscheinlich komplett drei Platten drin, vielleicht zweieinhalb oder... Das ist es ja. Die Victus wurde ja getestet, auch bei Elbenbroe könnte der nachkicken. Er ist nicht böse gemeint, wenn ich was sage, da braucht keiner reinschreiben. Nee, also das ist nicht böse gemeint, Christian, aber wenn sie mir schon glauben, wollen wir raus. Wir haben, sind nicht immer auf Aufträge gegeben, aber nicht, ansonsten mal hier oben vielleicht einfach mal wieder raus. Oder ein bisschen mehr Action, wenn wir ein bisschen weiter reingehen wollen. Wo wir jetzt hin? Hier an der Stadt ran. Oder hier hinten direkt, da haben wir einen Shop. Können wir auch machen, ja. Wieso, wenn ihr gucken wollt mit Waffen und Testen, guckt bei YouTube J-God, einer der Westen. Darf ich hier hin, oder was? Ja, ja. Achso. Okay, das ist jetzt. Ich glaube, da sind welche unten, oder? Wenn ich durch. Sind das schon welche vor uns unten? Nein, niemand hier. Mal gleich eine Waffe, gleich leveln und Waffe holen und nochmal kaufen. Nochmal eine Auffrage machen. Ich glaube, da sind die Auffrage, gleich leveln und Waffe. Ich glaube, da sind die Auffrage. eine volle weste drin hat und du in der kette gibt es ja nicht tot unsere aufträge man ja wie gesagt christian das ist ein übelster unterschied zwei platten oder drei platten darum geht es halt ja dass es nur eine sniper gibt die one shot aufm kopf macht obwohl drei platten sind deswegen rausgebracht müssen wir in die körper und attacke lieben eine bombendrohne ich bin darin fliegen wir machen die auch aber die wissen hier sind die bombendrohne abbrot ich mich ja bloß beschütze ich muss einen guten ort finden wo ich damit abkammeln kann im haus davor kann ich den abbrot oder wird das blackside haus das geht kann ich nicht rein da kommen die botze sind aber drauf gehen die leiter vielleicht hoch ich lege mich jetzt hinten hin dann aus weiter ja ich weiß ich weiß ich hätte auch ein bisschen die tür auf ach der unten drinnen sind die ich sehe das ja ich muss doch dann kann ich aufs dach hoch wenn du auf dem dach das was ich bin auf dem dach das ist die tür aufmachen und erhält nicht mehr lange ich sehe die hier ja ich habe ein k.o. einer ist k.o. oben ist einer auf dem dach das fenster runter glaube ich bei mir unter mir hinter mir nein habe ich ja den einen da hast du genug dass die mate habe ich und das sind noch einer gewesen worden wer den gekillt ich oder wird wie ich habe kein gekillt gerade ich will sie wurde ja aber ich weiß nicht wie er mit der bombendrohne ach so hier habt ihr war noch einer oben und vom dach gesprungen dass sie hier raus ich muss den rechten hast du deine waffe ich habe ich finde ich habe die grausie von tatsächlich da wollen wir noch mal schnell hier hinten waffen holen und den einen aufdruck noch mal mit das ist ein kopf geld ja egal wir können trotzdem kopf geld noch mal einkaufen willst du sie mit dem auto oder was willst du jetzt machen ich glaube die regale noch ich kann den waffen kaufen auf jeden fall erstmal den werden die brücke digga die brücken sind die fertig da ist der shop da ist immer gefragt der shop die glaube ich dahinten Also hier ist ja die meine ich ja dran Malerweise war hier auch ein zweiter Auftrag, also ist alles der Auftrag, der ist weg Hab ich down Ja, wix leider Junge, ne Ich prob' jetzt mal die Custoff einfach mal ein Ich hab dann den gekillt, Alter, ich stand direkt neben mir, Mann Keinen MP-Munde, die liege ich ja außerdem immer mit raus Und ein Drohne hat er ja nicht Ohne kaufen, okay, das ist da Jo Kindschwein hier Das ist ein 30er Macbillacard, was sehe ich jetzt? Mal gucken Da sind Gegner auf jeden Fall, Bro Der ist hier auf dem offenen Feld Läuft genau unter der Brücke durch Den können wir pushen Läuft auf die Straße jetzt Brauchen wir nicht, der hat niemand mehr Ne, ne, push den doch, Bro Ah, ich stand auch nicht mehr Sind im Haus jetzt drinne Sind wir noch unten drinne, Dude Ist da drinne noch? Ja, ja, unten links rein gelaufen Weiß und das glaub' ich Ich glaub' mal weiter, Zone kommt nämlich Zone kommt, ja Oh, noch einer, die Zone kämpft, Junge Oh, die Zone, Bro, die ist schnell Schaffst du das überhaupt noch? Ich kenne Gasmaske, wäre ich tot gewesen Ich kenne Gasmaske, wäre ich tot gewesen Mh, haben wir gekriegt, wir haben das Kopfgeld gekriegt, Bro Geld gekriegt, oder EP gekriegt auf jeden Fall Was? Irgendwie vorne, ja, hier Mhm Ich traue den Frieden ja nicht überall Häuser, Bro Sowas hasse ich halt Könnten doch mal ne Waffe kurven, oder so ohne Ja 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 Können wir mal machen Müssen wir halt auf High-Rise hoch Ich mach' kein Auto, der fackt mich ab da lang zu lassen Ja, ja, Auto brauchen wir im Mai Über die ganze City Über Wie kommt man denn hier runter? Das ist unten Das hab' ich noch nie mit rausgekriegt, noch nie Da war jetzt mal auch im Auftrag, keine Ahnung Buggy vielleicht sogar Ja Ich weiss es nicht Ich muss irgendwo ein Autohaus unten sein So ne Tiefgarage oder so Willst du hoch auf High-Rise dann? Da fliegt einer, Digga Da oben fliegt einer Der ist auf High-Rise oben drauf geflogen gerade Scheiss Da unten lang Kann man sich hochziehen Ja Zwei noch weiter Zwei sind oben jetzt Noch zwei weitere Kann sich hochziehen Ich weiss nicht wie wir's machen wollen Ich glaub das macht keinen Sinn Die da oben gammeln Müssen eigentlich runter Aber Im Hotel jetzt hier drinnen Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone Naja Brau den vielen nicht, Digga Ne Auch nix Lass uns hinten links wieder rauslaufen Ja Würde ich auch sagen Und das Auto und weiter kacheln oder so Genau Ja Aber wo ist denn das Auto? Links Brau uns Gibt man das so einfach, ja Ja Danke Ich guck mal an das Auto, Bro Geht da oben drauf Haben dich erwischt Haben dich erwischt Und die ficken oder was? Ja Die haben den Panzer das Auto, haben die nicht, Digga Jetzt nicht rein, wenn es so erhöht wird, Digga Ja, ja, mach ja Das sind rechts sind die Wir können auch nur einkaufen hier noch in der Wölsch, ne Ne, ne Jetzt will ich mal die holen, Digga Werden auch beschossen Lassen sie einkaufen dann lieber Ich hab aber Angst bei dem Shop, Digga, ist so eklig Ja, ist ja eklig, das stimmt Ich warte nicht hier und fahre eine Runde, geh einkaufen Ich fahre immer eine Runde und kiek, dass ich sehe Ja, das sind Gegner Hier sind auch mich, ja Auf dem Berg vor uns da Ich seh den, ja Ich fahre den oben, Digga, scheiß drauf Ich steh genau hinter mir drinnen, Digga, der Affe Jetzt kommt er raus Willst du hier einsteigen, hinten rum? Ich seh den auch noch Willst du nicht einsteigen? Willst du nicht einsteigen? Ich versuch den einfach zu pushen, sonst kommt auch irgendwas Was? Vorhin um, irgendwie Ich fahre ihn um, ja Wo ist denn der ungefähr? Weiß ich nicht, wir haben Schild vor der oben gewesen Es ist noch weg ihr Rand weiter Ich seh ihn nicht mehr Wiss ich wohin ist Ich seh es grad nicht Da hinter mir, die snipen auf mich Ich steig ein, bis weiter Geh nochmal in den Shop probieren Kann man machen, ja Wohne hast du nicht raus, ja auch ne Ne, gab keine Menge, der Kasten wird geholt Okay MP Komm ich noch jetzt rüber, Digga Ob der Brücke gleich hier liegen? Ne, das abgekackt ist, die Ne, weiter halt, ne Oh, ein Kopfgeld hier hinten Sprit, die hinten noch Kopfgeld, ja Ja Das ist man ihm oder was? Ja, ja Hält mal hinten an Ist doch besser jemand aufdruck gemacht Ja, ja, ja Gegner, Gegner, Gegner Da gegenüber glaube ich, oder auf dem Dach Auf dem Dach oben Aktiviere mich Die sind auf dem Dach bei uns, oder? Da haben wir so ein Dings Ein Toter liegt hier und eine Dreierweste Die liegen auch hier bei Todes Ich glaub ich sind bei mir Bist du da, Braun? Ich glaub die sind oben bei mir, in dem zweiten Gang liegen mal Tote drin Der Dings war Tote vor mir Der ist wiederbelebt Der ist wiederbelebt Im Shop Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Tengo Aube, yo también Ich verliere? Ja, ja Ja Bei uns Für die Schilder Ja Ich glaub nach links weg, Digi Karon schlitten Muss noch landen Oh der Mach Ich weiß schon, was er meldet ist Aber oben Ich weiß, weitergelaufen Stark, Digi Dinger ja, Noko Und wo ich die drei Dinger drin hatte Er war halt schon im Ende Floody liegt Ich könnte nochmal eine Drohne holen Oder eine Waffe für dich Ja Waffe in der MP wäre schon sexy Gut Aber ist nicht so wichtig die Drohne Geht Drohne, geht Drohne Geht Drohne Ne Schau mal her hier Schnell ja Drohne ist nicht mehr, Bro Dann hole ich gleich eine Wörter Ja, Drohne hat er hier Ist es stark? Das Team ist in der Sicherheitszone Ich würd sagen Auto oder Auto hinfahren erstmal Scheiß drauf, die haben da alles Auto und Gib ihm, oder? Ja ja, vielleicht sagen wir Ich hab eine Ich hab eine Ja, ja, will ich raushauen Ich hab auch noch eine Auto Jetzt Sniper Digi des Todes Ah ne, schade Hinterherfahren? Ja ja Weißt du, ich hab die daohne Oben lang glaube ich lieber Hinter uns Hinter uns Genau hinter uns Die laufen vor uns Geradeaus zulaufen die Digi Die bleiben da stehen Irgendwie Die wollen's upsnipen glaube ich Ich geh hier mal raus Ich geh hier mal raus Digi Komm Geh mal hoch Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Die sind unten Digi Was? Kommst du nicht mehr rein ne? Digi ich hab rechts abgeämt Bro Ich hab keine MP Digi zum Close Ich hab beide gekriegt Beide Sauen Bin aber tot Beide weg Einfach vorher sagen Du sagst immer du gehst hoch Und dann bist du schon oben Ich hab rechts abgekriegt Weil ich rechts gestanden hab Ja da warst du aber schon drinnen Ich will inzwischen hinterher kommen Du sagst du gehst rein Dann bist du drinnen Dann lauf ich erst nach Ich hab halt ne AK gehabt und ne Sniper Abwängst du die unser Loot noch da In diesem Down alle beide Wenn die kein Selfie hatten Ich glaub aber nicht Nerv nicht man Moin Michael Servus Maxi Nix zu drinking da Boah Alter der Schei Junge Alter Du bist so ein kleines Scheißkind Alter Mann His dich doch Junge Was willst du denn die ganze Zeit Mann Wie kann man denn 5 Minuten auf einen Auf drauf boxen Alter Das fuckt ab Digi Boah Alter Läuft mir hinterher Junge Ich boxe weg Bro Den Boxen weg Digi So ein richtiger Nuttenbengel Digga Alter Allein der Skin schon Der sagt alles Kommt jetzt hier wer oder nicht Ich glaub da Null auf Gegner warten Das heißt da kommt einer Und sind wir schon längst wieder draußen Oder es kommt jetzt da durch Dass wir da wieder rausgehen Das nervt euch schon auf der Hurensohn gerade Digga Der boxt immer noch mich ein Da denk ich mir manchmal echt Was geht in seinem Schädel davor in dem Moment Ok bist du bei mir und gut noch mit der ja 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 Ich hasse Pumpen Kannst auch wechseln Das glaub ich auch ne Sekundärwaffe glaub ich Haben wir auch glaub ich Bro Eine Pistole ja Ist gut ja Da oben sind die bei mir Da oben sind die bei mir Da oben sind die bei mir Verdeckt fast Alter Voll nervig Unsere Waffen wo sind mal da gestorben Kriegen wir mal wieder eine Die sind weg Scheißdreck Alter Der Lodi kann mal hinfliegen Liegt doch hier eine Lodi Da hinten Loll Was sind die Süße das jetzt machen Digga Gar nichts mehr Keine Chance Wir können versuchen hier oben Zu landen hier oben Auf dem Punkt Ansonsten warst das sowieso Scheißdreck Neustart Da eine ganz ganz oben drauf Da läuft einer unten schon lang Digga Unten auf dem Boden Bistole raus Oh oh zwei Stück War ein knappes Ding Kommen Sind die Pumpe parat Ne Ich hab hier so ein Ding parat Hab ich Geh noch eins höher wieder Präzis halt da ja 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 ich bin trotzdem eins Oh die Platten rein Die kommen Die Leiter hoch Über dir schon Gute Hits Digga der Slow der Slow der Slow Krissi der Slow ist der letzte Der ist der letzte der Slow Krissi Der ist der letzte der Slow Der ist der letzte der Slow gewesen Früher hast du ihn nicht getraut Wusstest du nicht Den anderen halt noch Der war ja ein K.O. gewesen Der andere Ach Gott Noch ein Team Ja Die Leichenbanken glaube ich rum Der hat dann ja Ne Gegner Gegner die kommen die kommen Ich krieg die Waffe nicht ja Mach einen Mörser drauf oder so Du hast den Motor auf Und seid ihr schon Ja ebenso Ja und ne ne Naja das ist im Raum drin Sagen wir dich nicht runter gehen Das heißt Zermite Noch ein Team oder was Ne Nö Zwei Wässer wie sagt Lack da auch Unser Rucksack Kann ich den komplett nehmen Flory grüß dich Ne geht nicht irgendwie Buggy worum auch immer Die drei Weste können ja auch Die drei Weste hinter dir noch Wo den anderen abkennend ist Geradeaus rechts durch die Tür durch Da hat er auch noch Die kannst du nicht nehmen Ach doch geht Und ich pack Tonenzonezone Da hat er rein Da hat noch ein Skar mit 5 aufsetzen MCP 1 Sniper Ja ich glaube erst mal ich glaube das Wenigstens sie die hochleveln muss Für heute ja Ein King Elke hat vielleicht noch für mich der andere Ne gar nix Gar nix Ich kann ihn mitnehmen Da ist drauf Was heißt drauf Meinen sind im Einsatzgebiet Ja über dir Hallo Kein Yield Hab ich ne Auftrag irgendwas noch? Junge Es ist ein Buggy Game Es ist so ein Buggy Scheiß Game Alter Ja das wars wahrscheinlich Machst nen Mörderstack drauf wenn du es noch schaffst Aber die kommen Der wird auch fliegen wollen wahrscheinlich Da oben ist er Hätte ich gesehen Da kommt die Flurung Der kann halt nichts machen während der fliegt Das ist halt das Problem Na rechts müsst ihr aufpassen alter Ich nachladen Hast du meine noch Muni drin 65 Schuss hattest du noch gehabt Baut zu lange bei dem Dricks Teil Obendrauf am Haus 2 Stück bei dir im Mörderstack drauf vielleicht Hinter dir glaube ich oder? Mein Game ist nicht aufjagen Bro Nein Naja Kannst du erzählen was du gerade biete Danke 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 Mälet Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 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 Vielleicht zu uns, glaube ich, Digi. Ja, bei mir drin, der Auftrag. Okay, ich komme. Scheibe, ja. Die kommen schon. Der ist low, der zweite ist auch low hier vorne. Ich bin jetzt doch nicht mal. Ach, Mann. Digi, der hat sich wiederbelebt, der andere. Ach, Leute, fuck you, alter. Leck mich einfach, Junge. Macht ihm Bock grad. Oh, nee, ey. Ich bin irgendein andern im Gulauch. Wie schön. Ich brape. Ich brape. Ich brape. Ich brape. Ich brape die. Ja, ja, ja. da kommt er hilft mir der auch mal der typ ich runde und gucke über den UF dran sind es ein Neustart genau bei mir so eine scheiß Festung ich bin schon wieder weggeschossen ich bin schon links neben mir sind vielleicht sogar oben da oder fliegt da einer vor dir links ja sehe ich ja ne ne die sind da nicht aufgeregt schon weiter geflogen aufgeregt geflogen ja der Heli ist das hier unten sind die oder was oder gerade hinten einer hä wo sind die hin bei der Luft wahrscheinlich auch ein Loch raus nach meiner geflogen hast du es neben dir Diggi was ist der? was ja bei dir die sind... achso joo schiebt, geil schiebt auf jeden Fall über mir sind die Gegner drauf ja nix doch doch die sind genau über mir Diggi ich probiere mich einfach zu holen Braukam joo dann können wir uns zum... 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 zum Fliegenholz hier überlebt mhm... das Schrank halt ist auch weg na die Drohne geht halt jetzt an der Feind springt über dem Gebiet ab ach Bro, leck mich doch am Aus die Steps sind einfach so Hure, man leck mich einfach fett gerade da raus oh ne fuck you Nachricht des Tages wieder, let's go, danke dafür hier machen wir den 13 einfach nochmal als sekundär, als primär rein weil es nochmal dazu kommt zwei Waffen zu kaufen dann hau ich mir passt doch raus das ist das ist das ist das ist ein das ist das ist das ist nein Ey, 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 ey. Was ist denn vorab? Für den nächsten... Oh, jetzt machst du aber richtig, Hammudi Alter. Let's go! Schön dass du wegen so einer glaubst. Da glaub ich selber nicht mehr dran momentan. Ich bin noch gar nicht drin, Bro übrigens. Achso, hä, wieso denn das? Ich hab gestartet. Wom bist du daraus? Verstehe ich nicht. Ich bin noch gar nicht nachgejoining gehabt. Wie nachgejoining, verstehe ich nicht, hä? Da war noch einer in der Lobby. Da war noch einer in der Lobby. Momentan. in der Runde, achso, der Nevin. Achso, ach dicker, jetzt gehörst du mich das an, Leute, was rein soll ich jetzt? Michael, grüß dich! Alter, fuck das ab gerade. Wie lange das noch gut geht, dass ich das Game zocke, wenn ich nicht einmal bloß zum Lodi komme. Meine Ahnung, ey. Das deprimiert einen ja richtig. Ich glaube, die wird zu viel auf dem Meer machen auf jeden Fall. Wozu gibts denn den Klassen? Jeder, der das Game spielt, levelt die Waffen, damit man die Spielen kann, wie man das halt für sich selber entscheidet. Da hat man gerade Bock drauf. Die Tarnung, die Aufsätze, da freut man sich drauf. Da kommt man ja gar nicht mehr zu. Naja, im Endeffekt schon, ja. Du hast ja deine Waffen. Kannst ja für 5.000 kaufen. Ja, aber komm erstmal dazu wieder. Das sind 10.000 für zwei Waffen, 20.000 für zwei Leute insgesamt. Meistens am Shop grüßt er aufs Maul. Schlag dich ein. Komm nicht rein irgendwie, also ich kann nicht joinen. Hier ist wahrscheinlich neuer Liste, aber ich gucke mal kurz. Wo lebt man hier? Freunde. Simplex. Hier. Einladen. Ein 13 mit nem Korzen da auf, Alter. Gut, der hintere ist ein bisschen schwieriger zu treffen, aber soll ja auch bloß als Sniper Support für Close und Mid sein. ZV geht eigentlich auch cooler, wenn man da rumströmert, schießen zum Feuern, mit dem Sprinten, zum Tempo, denn mit dem Ding ist auch richtig gut mit der ZV. Aber... 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 Der Recall ist wohl nicht ohne. Ich muss noch irgendwas tunen machen aus. Bewegungstempo, ZV... Habe ich ein Griff weggemacht, nicht der, Alter. Oh mein Gott. Das wird doch nicht gut. Na, schau mal mal, die Waffe ohne Griff ist. Sollte dich erinnern, Bro. Ja, ja. Die Runde geht schon wieder los, Diggy. Sorry, Bro. Komplett vergessen. Passt, dass so viele Bots immer da sind. Na, nur bei den Stronghold-Aufgaben, Digga. Ansonsten gibt's keine Bots mehr. Nur wenn die Stronghold-Aufgaben kommen, sind auch Bots da. Na gut, obwohl wir von Overheer hier haben, die da einfach irgendwie rumstanden in der Masse. Keine Ahnung, was da los war. Google einfach Digga bei der 110-Euro-Version. Dann weißt du, was genannt ist. Warte mal, ich google mal kurz für dich, Bro. Komm. Let's dude. Google. MW-2. Ford Edition. Was kostet jetzt noch 86 Euro oder was? Ford Edition. Nicht verarschen? Kann man auch sagen, ja. Guck jetzt mal, was dazu ist. Warte, überhaupt dazu. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, Alter. Guck. Ich akzeptieren. und vom skin sehe ich jetzt erstmal nichts bis jetzt kommt denn der skin her ne den skin sehe ich ja gar nicht drinnen leute wo habe ich den denn sonst her ich habe ja nichts gekauft bis jetzt ich hatte den aber auch schon vor dem battle pass bevor er überhaupt rausgekommen hatte ich den skin schon gehabt das ist ja bloß verstehe ich ja gar nicht ganz so mal gucken was man da kriegen kann man denn ich finde es nicht okay cool dann habe ich jetzt ja jetzt schon mal frisk dann müsstest du den skin endlich haben diggi mag hier einfach diggi so geht schon wieder los und wieder raus da 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 soll man machen die ölfässer da die gegen mario irgendwie nicht keine ahnung die fackt mich voll ab da da gehe ich nicht mehr hin alles so lang und weit und trotzdem hast du heute wo du rausgeballert werden kannst überall und so langweilig aus wenn die ganze zeit einfach nur läufst du kannst das sieht irgendwie komisch aus als ob du mir nicht vorankommst kommt einer mit diggi du hast ne wache da liegen diggi hinter mir noch einer diggi wo denn noch hinter dir noch auf dem dach glaube ich drauf hinter dir noch wurde angeschossen ja und runter ich hab mir platten nach und läuft einer rum vor mir zwei leute unter mir glaube ich da bist du hier das habe ich kो hier wie mir hier weil denn es ist ein brudy war 2 kills jaja mit platte noch nee ja ja ich war schon mit der drohne ich glaube es kommt genau gegenüber 1 ja gegenüber sind drei leute drinnen also hier aufschießen die aber ein glaube ich gekillt gegenüber ob das auch nicht Können die hinten sein auf dem Haus oben drauf oder was? Kopfgeld, ne ne ich glaube die sind bis an alle hier. Kann sein dass auch einer knocked war und ich jetzt gerade noch gekillt habe. Kopfgeld kommt. Die fighten sich, ist gut. Nicht so viel money bro. What? Da stachelt der Ratsch. Schau mal, ich bin instant chill. Sie ist gerade ja. Ja. Ich brauche eine MP unbedingt noch. Bei dir auch voll irgendwo. Ich komme mal zu dir. Ich habe hier Drohne, 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 Drohne. Hinter dir vielleicht auch im Shop geholt. Ich glaube nicht, das sind die von vorne. Safecore. Hier das Haus hier hoch bei mir bro. Ich habe keine close Waffe, wenn die jetzt kommen ist scheiße. Mein Bild, also mein Gamework sich glaube ich auf sich gerade voll geleakt. Bei dir oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Festungen lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Ich bin jetzt auf der Taktikkarte. Ich bin jetzt auf der Taktikkarte. Ich bin jetzt auf der Taktikkarte. Wenn der hier hoch kommt oder? Bei mir. Unter mir glaube ich. Das ist bei mir oben drin oder? Einen hab ich Bro. Der nächste kommt glaube ich. Platten geben Bei mir hier oben Diggi, bei mir oben am Fenster Hab ich Oh mein Sehne Das war das Kaufgeld man Ich habe Insel drauf, sorry Bro, er hat einfach nur gefinisht Ja, ich denke mal, weil ich habe den ja auch gefinisht So, cool Ich gehe über links Ja, das ist besser Ja, das ist besser Guck mal von oben. Kannst Drohne kaufen, wenn es eins klappt, wenn es klappt, ok. Ich geh aufs Dach hoch. Wir sind gegenüber von hier aufm Dach drauf. Hinten rennt einer weg, ganz hinten ist noch einer, was aber glaub ich nicht von jedem Team. Ah, unten ist nepp dann auch für mich. Ja, auch gegenüber im Haus drin, genau wo ich hingucke, Bro. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Der Granate geworben, glaub der pusht. Wie komm ich da hoch? Ich geh einfach den Wichser holen, Diggi, der vor mir im Haus ist. Du gehst grad ganz anders lang, Bro. Der kommt jetzt zu mir, glaub ich. Ich hör ihn halt nicht, Bro. Was soll ich denn machen? Der pusht unten ran, man hört nichts. Was ist Dreck, ey? Es ist so ein Buggy-Huren, so ein Game. Ich hab halt echt keinen Bock mehr auf dieses Game. Ich hörs dir, so wie es ist. Keine Ahnung. Sag ich was anderes, bis ich das gefixt hab. Du kannst das nicht zocken. Mach null Sinn. Das glaub ich nicht normal, Alter, ja. Der springt vom Dach runter auf Metall drauf und steht direkt vor meiner Tür und ich hör nichts. Ich hab's auch nicht, was ich dir gesagt. Ich hab ohnehin gehört. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte mir gerade meine Platte geben und dann pushen. Dann steht er wieder vor mir. Du kannst nur noch gecroucht und angeend in dem Game rumlaufen. Ja. Das kannst du nicht mehr machen. Hattest ja auch gesagt, dass viele auf geduckt bauen, dass man geduckt schneller gehen kann. Das ist doch echt. Keine Ahnung, Alter. Das Game ist kaputt. Ich traurig, Digga. Ich traurig, dass du so deine Waffen bauen musst, Alter. Dann das auch rechts. Nate hast du auch noch. Ja, Alter, der läuft links oben. Bis aufpassen kriegst du das links oben schon wahrscheinlich. Geht auch nicht. Und zurück. Die Nate hat gesessen. Ja, nicht so. Schwierig. Ich guck mal. Auftrag mag hier da hinten. Ja. Aber ganz so viele aufsägen. Man wird auch Teams mit sich ziehen. Finde ich vielleicht hier lieber hin. Ich weiß ja auch nicht, wie du willst. Das scheiß eigentlich drauf. Ich will nicht mal auf der Karte sehe, was du markiert hast. Dass ich nicht mal die Gegner oder den Namen überhaupt sehe. Das ist ja auch komplett komisch. Alan, die da gerade vor dir ist. Das ist komisch. Ja, direkt der Aufdruck, ja. Ja. Ja, rechts hast du auch noch. Ja. Hast du ein Auto direkt reingefallen? Steht das immer schon da? Eine Tanke, glaube ich, da, ja. Hm. Weiß nicht. Gegner, oder? Ne. Wer hingeflogen hat, rechts unten an der Maus. Ja, ich glaube ja, rechts, ja. Achtung. Ein feindlicher Trupp macht Jagd auf euch. Waffe lacht dahinter, oder? Ja. Wir haben hochwertige Ausrüstung in feindlichen... Das ist eine S-Mini, kannst du absichern. Der hat auch, der hat auch oben gezielt, aufpassen. Der hat auch rechts oben gezielt, der Gegner. Der hat auch eine neue Sicherheitszone. Der hat dabei, weißt du, ne? Ich bin gierig. Oh, ein Sniper von rechts, Sniper von rechts. Ich bin gierig. Ich bin gierig. Geht lieber hohe eine Etage, vielleicht noch, wenn du willst. Ich bin gierig. Geht lieber hohe eine Etage, vielleicht noch, wenn du willst. Ach, ich aim mich dann ein bisschen, wenn der snipet, Bro. Über dir vielleicht einer, glaube ich. Oh, Bro, Bro, Bro. Geht noch vor dir geradeaus. Du siehst du, ja? Lauf links weg, ja? Ja. Ja. Ah, ja, schade. Ja. Ja, sag ich auch. Klaus will den Scheiße knicken. Aber der hat doch da gelegt und gewartet. Ich hab ja gedacht, der piekt noch mal links und rechts. Aber der hat ja immer noch gelegen. So als sein Vorsitz ist jetzt angeeimt. Wann sind sie zu den locker geholt? Aber wir waren eh zu zweit. Ja, ich wollte mich auch gerade umdrehen. Ich hab gedacht, ich... Er hat dann einmal mit der Scar auf meinem Kopf kurz, einmal darauf weg war ich. Ganz komisch. Oh, ja, ja, ja. Warum waren denn eigentlich so viele Leute wieder da, Mann? Ich versteh's auch nicht. Einmal mal vielleicht mal wieder Hometam landen, wenn's sich irgendwie zulässt, die Zone. Ich mag den Auto irgendwie. Da ist direkt die Kassen und die ganzen Geschäftsräder. Da sind so viel, so viel Kohle drin. Da können wir direkt unsere Waffen kaufen, wenn wir da überleben. Da brauchen wir nicht bloß unbedingt durch die Gegend laufen, durch die ganze Map, Sondern einfach nur ein, zwei Teams clean und dann haben wir das Geld zusammen für unsere Waffen. Wahrscheinlich warum ich so wenig FPS hab die ganze Zeit. Latenz ist wieder NA steht bei mir da, oder NA? Bei mir auch schon, ja. Also... Mit Ö. Wartext Ein Wartext Ein сделали �� Ich will doch mal überlegen ob man irgendwann wieder ein bisschen MNG Duo oder Triumphal macht das ist das dauer nervt mir das einfach da kann man wenig seine eigenen Waffen zocken und ein bisschen geht es um was aber das hier teilweise läuft schon hier lange rum nicht aber das lässt ja nur ewig rum geht um nix dann stirbst du das wieder teilweise fehlt eine action entweder direkt am Anfang so wie man es gerade machen das macht viel viel mehr Sinn als ewig zu looten und den ausmauern zu kriegen wird lieber am Anfang probieren direkt auf Kills zu gehen wir haben eigentlich gespielt wieviel Spieler die verlieren im Gegensatz zu Dingen ich glaube das sind schon ein paar ich glaube das sind sogar die Mehrheit glaube ich sogar auch wo das game eigentlich für anfänger freundlich gebaut ist denke ich trotzdem muss die Anfänger alle trotzdem bei W1 bleiben werden weil die damit gar nicht klar kommen in dem ganzen Shit hier das ist für uns schon schwierig so viel von den Zaaps und Community habe ich viel gehört dass sie alle auf MW1 warten so als W1 gestartet ist wieviel Spieler die hatten und als W2 gestartet ist wieviel Spieler die hatten ach so meinst du das ok dachte du meinst dass das wenn W1 wiederkommt und die vier dann da noch zocken und da noch zocken ich glaube wenn ein W1 wiederkommt glaube ich dass W1 mehr Leute spielen als das game weil die Leute die nicht ganz so gut sind die Anfänger sind die spielen W1 wesentlich besser und haben mehr Chancen wie hier in dem Spiel was ist das für ein Ding mit der 1 ist das sind wir Leute Digga ist das ein Trend hier oder was was heißt denn die 1 im Chat da die machen immer 1 oder 2 das heißt also dass er dafür ist und 2 dagegen das ist auf Twitch auf Twitch ist es ein neuer Trend hier oder wer wer da und da und dafür ist 2 ist und wer dagegen das so mein Gott haben die Langeweile alle lasst uns einfach auf das Dach drauf und versuchen Alter Shit happens Alter das ist das größte davon all wenn wir es kriegen wenn man es nicht schafft finde ich dann immer mal neustab wenn wir da alles clearen und da kein Team ist oder wenigstens ein zwei Kills gemacht haben haben wir so viel Geld zusammen in der Einkaufshalle da unten drinne gibt es auch links am Gebäude noch das kleine Nebengehäude 2-3 Kassen immer wo gut Cash drin ist da sind noch so viele Leute drin Bro die kommen mit Safecall oh ich höre sie Bro und es lag schon wieder auch wieder in A ich glaube wir müssen nochmal neu starten ja glaube ich auch der ist vor uns da unten glaube ich die kommen die kommt ja an die kassen wir sind unter unser in die waffe hier was man ist gekommen wenn man was ist denn der auftrag der innen weg haben wir auch noch nicht gelootet gehabt oben was war denn das? auch granate im shop oder halt vor uns du musst auf cash nicht hingehen bitte wir können gleich waffen kaufen geh aufs dach hoch wenn du willst kann man es jetzt probieren ich sehe ihn hatte ich schon unten raus gerade das ist einfach nur ein bait wahrscheinlich da hat die komplett anders geschmissen ein hause rechts weiter ja kann man machen kleiner kassensturz eine kleine inventur hier durchführen genug 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 über uns ja unten der ist runter der ist nicht mehr ganz oben glaube ich der ist gedroppt das ist hoch oder? der ist ja alleine der kann eigentlich nichts machen noch mehr? ne der hat noch eine muni kiste kannst du die mitnehmen? da hinten hinten ich habe hochgelaufen glaube ich ja das team hat die sicherheitszone betreten ja man kann ja die mate untersuchen ja ja nur den eigenen wenn man stirbt ja stimmt wenn ich einen auftrag gemacht ich kann noch ein bisschen Geld auslegen ich brauche eine scheiß Platte alter scheiß Rucksack man da hinten mx 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 9 macht auch höchst das ist eigentlich schwierig grad ja zusammengebaut auch höchst geil ja hoppla hoppla zu Ich brauche ne Waffe. Ne Waffe geholt. Hol mal ne Muni Kiste raus. Keine MP Muni, ich hab nix. Lass mal zum Kopfgeld fahren. Also das ist ein Datenauftrag. So hast du das angenommen oder was? Ne Fragezeichen. Ich fand ja nur Fragezeichen da. Ne ich glaube das ist Datensichern heißt der. Ne meinte das ist der Auftrag gewesen? Ja der heißt Datensichern glaub ich der Auftrag. Kann gut sein ja. Panzerung da drin. Wir wollen ja schon looten Diggi. Echt? Ja ja. Das sind alles offen da. Oh. Link snipen die irgendwo? Das ja ich ja. Die Gegner ne. Hä? Ich brauche mal noch Geld. Begebt dich zur Uploadposition und übertrage die Daten. Sie ist auf deiner Taktik. Geballert oder gerade? Ne ich hab nix gehört. Der hätte ja keinen Ganzenfeld gewinnen können. Ne ne ne. Keine Chance. Auto nehmen und zum Auftrag fahren. Ja würde ich auch machen glaube ich Bro. Den anderen gepanzerten Bericht heute sind glaube ich die Bots. Auftrag gemacht vor uns. Rechts ist ein gepanzerter Rechts sind ja einer bei den Bots. Ja wenn die zum Jack geknallt werden Digga. Das Gebäude ist offen für alle. Benzulat ist das hier. Benzulat. 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 Komplett kranke Wumme hinter mir. Servus Moni grüß dich. Die ist komplett okay. Die ist der APK Ding. Hat sie auf jeden Fall gut zockt. Oh da links ist ne Tür aufgegangen gerade. Ja. Hinter uns sind die. Soll eigentlich da drinnen bleiben oder? Guck mal. Feindliche Drohne über uns. Guck mal bald das Ding an. Wenn die Drohne rein ist und die Drohne raus hat. Oh schon. Down oben oder Schildbag? Eins von beiden. Nee Schildbag war das nur. Hat der vorne oder was. Jo. Ding auch in dem Meier oben da raus gerade. Gibi? Ja ja, ich muss erstmal durchwischen die alter. was die m3 zimmer holen habe ich mein loti so wie ich dann hätte da müssen wir auch nicht das sind scheiß die copter über uns das sind richtige gegner das ist die ausgestiegen sind uns abwenden von oben wir sind offenbrauch gegner glaube ich die ausgestiegen hat feindliche depots mit hochwertiger ausrüstung lokalisiert an die vorne dreierplatte mann siehst du irgendwo was ich kippe mal so wenn ich einen snipe auf irgendwas sehe die da oben auf ihrem dach vielleicht drauf wo die von hinten waren auch gar nichts keine gegner weit und breit verstehe ich nicht alle das auto kommt zu dir das gas näher sich dir das gas beginnt sich zu treiben da hängt er mir dicker yo nee alter seid so Hure junger alter man hört echt nix dicker alter ich hab den befragt jetzt glaube ich gerade er hat mich befragt ja ja hab dich auch einfach da scheiß drauf ich drück mich raus den huso ist das kann mich nicht mal raus drücken der geht nicht mal entdeckt 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 die scheiß die eine kommt zum video kommt wahrscheinlich die eine mit von denen so ne frischer fixer man hört echt nix nada niente hüffel ja hüffel heißt der typi alter ich hoffe nicht dass es echt ist ja ne der ne ne der beste cod spieler glaube ich sagen weiß ich ja ja direkt sein erstes probe game nach der beta direkt gewonnen also war so ein geht blächtig dass es was ist wo Töte diese schwachen Verlierer, sie verdienen es nicht wiederzuleben. Ja, alle zwei vor mir, Digger, leck mich doch. Meine Güte, seid ihr Hurensöhne, ihr scheiß Dreckspuscher, Wichser, Alter. Wieder dieser Büffeltyp, Alter, Mann. Ist nicht normal, Alter. Versteh ich nicht, Alter. War nicht zu zweit oder lehne der Dude? Das leid. Der richtige Büffel? Nein, der hat einen anderen Namen, ich kenne den, ich weiß doch, wie der geschrieben wird. Ich glaube, der kommt noch was davor oder dahinter bei dem, glaube ich, oder? Ja. Martin, grüß dich, servus, zum Tito, guten Abend, Moni. Simon, grüße. Ganz kurz mal kicken, ob der das ist oder nicht. Ja, da hat er überall diese Tarnungen drauf. Er heißt schon genauso auch, ja. Hat er die Orient-Tarnung gehabt, ja? Nee, nee, hat er nicht, hat er. Okay. Aber der Ori, er hat alle Orient, also. Der Büffel, ja. Der ist auch höheres Level, ich seh das gerade, alte Streams, schau ich gerade an. Der ist schon 189, ich glaube, ein kleineres Level. Der hat nicht abgeschossen, hat er bei 189, ja? Nee, nee, der war niedriger, glaube ich. Aber Büffel. Ich bin doch auch schon über 200, Alter. Da müsste doch viel höher sein. Ich weiß nicht, wie alt der Stream hat, den ich gerade geguckt habe. Ach so. Tja, ich weiß nicht, welchen Shop du lieber besuchen solltest, Digga. Leg mal hier hin. Das geht halt zusammen, ja? Ja, ja. Aber da hinten, ja, guck ich so. Tatsächlich, ich weiß nicht, wo einer ist, aber auch nicht. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitsdruck, das war nicht so. Gegner bei dir? Ne, also gerade noch nicht. Mein Gegner fliegt nicht aus der Zone, Alter. Willst du mich rollen, oder was? Keine Waffe bis jetzt, Bro. Können wir einen abgeben? Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Lodi? Äh, ach. Komplett wunders. Legt hier unten einen ab. Ich hab erstmal, ich hab erstmal Roby Heide, ich hab ne Pumpkin und ne Kastow. Kann ich hier Drohnen aktiv? Ja, ja, hat er gesagt, ja. Glaube ich nehm einfach das Auto und fahr zum Lodi hin, ehrlich. Was ist denn sonst nachher? Warte, warte. Warte, platt reinhauen. Ich komm zu dir. Das ist so langsam, Bro. Man ist so langsam. Da brauchst du wohl eigentlich schon wieder die Dreierplatte her, Mann. Ja. Auch, dass ich bin ein schlechter Spieler. Verstimmt. Kiste oben noch, oder unter dir ist die Kiste, oder auf dem Dach oben. Ja, Düder. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Eine Leiter hoch, irgendwo. Oh, hier geht die Treppe lang. Ich überlege teilweise jetzt schon mal wieder mit Wurfmesser zu spielen. Zum Finischen. Das ist so gut, ja. Das stimmt, der zum Finischen ist gut. Das ist halt übelst nice, so. Die Zone kommt. Die Zone ist schnell, Digga. Scheiß, Dreck. Ich werde gleich weggefickt, Digga. So offen, wie ich hier laufen muss, Digga. Was ist denn mit dem... Digga. Der Junge ist ja offen, als KID rein, oder? Scheiß, Junge. Oh, gleich knallt's. Gleich knallt's. Weißt du was bei dir? Nee, gar nix. Oh, rechts fliegt dann da runter. Wir sind eh zu dem eigentlich. Ich habe eine gute Waffe. Der ist da reingelaufen. Digga, rechts runter. Ich glaube, der ist in der Garage. Ich glaube, der ist in der Garage. Ja, der Garage war da drinnen. Hinter dem Gebäude in der Garage. Hab ich mich gesehen, meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube, vor mir. Alter, weg. Nee, nah dran, glaube ich. Wurde ich denn gerade gelaser, bitte? War keine Sniper. Boah, halt, er weg will ich denn, der Sniper die ganze Zeit. Die Ränder. Lauf hier, achso, nee. Freilich. Wir müssen eigentlich nach vorne, Digga. Wir müssen eigentlich nach vorne. Achso, zurück wieder. Die schießen auf mich von gegenüber über den Fluss. Treffen mich auch irgendwie die ganze Zeit. Treffen mich auch schon die ganze Zeit, Mann. Hier wieder runter, Bro. Aber eine eigene APK, glaube ich. Mit der Platten, denke ich, das ist so ein Sack. Sexy. Wo müssen wir hin eigentlich? Genau. Können wir ins Auto einsteigen, oder was? Jo. Mit da reinkacheln. Wenn von der Brücke jemanden guckt, sind wir wieder an, Digga. Ja, eben. Deswegen, ja. Da wird jemand gucken. Kommt gleich wieder Büffel, was wir sehen, Digga. Ja, ja. Und der Tüber kann ich nicht. Absoluter Gott, Junge. Jo, jo, jo. Ich bin drin, Bro. Ich glaube, vorn ist ein Gegner, aber wir haben gerade gesagt, du, nee, ist ein Baum. Warte, Haus anpicken. Ja, hier ist das große, halt. Vorne ist es, gibt ja nichts anderes. Du fährst halt durch, aber die Zone ist ja nicht so weit. Du musst die Beute oben drauf versuchen, ich weiß doch auch nicht, Digga. Wenn da nicht schon jemand ist. Ich ziehe nicht gleich wieder in den Seil rum, ficken wir uns. Was wir sehen. Das Dach da gegenüber ist viel höher, Bro. Das ist viel höher. Man fühl ich mich ja nicht wohl. Ja, er ist schon hier, hat sich gerade hochgezogen. Nach der Seite hat sich auch hochgezogen. Auto unter uns. Nee, das ist aber wieder das Wack-Ding. Wack doch immer. Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite oben. Mal hinter uns wegspringen, oder was wollen wir jetzt machen? Lodi, liegt der noch drin, der Lodi? Nee, der liegt nicht drin. Ich muss wissen, wir holen. Hier bewegt sich was. Sie ignoriert das. Oder wieder schön, das Lodi, Alter. Schöner Schotten. Aber wir können sie knicken da jetzt hin zu, Kim, Bro. Jo. Das war jetzt gerade voll langweilig, ich finde, Diggi. Jo, ich auch. Sackt voll ab. Wenn wir jetzt runterspringen, sind wir da unten. Wenn wir runterspringen, sind wir da unten. Ja, wir haben halt nix. Wir können der Drohne von euch... Ja. Ich will mal sagen, wir sind 15 Minuten in der Runde. Ich hab mir einen Kill, Bro. Das ist absolut langweilig. Hast du raus hier, oder was macht ihr mein guter? Ich summe immer. Verlieder. Die müssen runter, die müssen zu uns fliegen. Was von einem drauf, wenn die kommen? Wenn die geflogen kommen? Ja, der sieht mich schon. Der hat mich gesehen, glaube ich. Vielleicht. Ich bin ein paar Hits gleich, Diggi. Nee, mach nicht, mach nicht. Lass dich erst fliegen. Jetzt, welche hoch können wir uns immer dauerne? Treppenaufschauen, drei, vier Seile überall. Ist die Tür zu? Was, glaube ich? Die Tür hab ich zugemacht, ja. Okay, gut. Dann die Tür müssen wir ja wenigstens... Ja, aber zwei, drei Seile haben wir. Ach so. Die Tür wirst du ja, wenn es zu spät ist, Digga. Seile hier hinten? Bei uns, oder was? Ja, zwei Seile sind bei uns. Scheiß. Ja, der ist vorne immer noch. Der hat ein Sieb mich nicht. Nee, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Ruhe. Unter uns, oder? Ich hör's nicht. Ich hör's nicht, Alter. Der Sieb dich, Brauch. Der Laser geht zu dir. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So sieht was aus wie ein Laser geht. Der Laser geht noch zu dir, der Laser von dem. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Sieht dir. Wir sind da oben auf Feinde landen. Genau über mir. Die anderen fliegen gleich, Digga. Die anderen fliegen jetzt gleich. Ja, ich bin da. Die fliegen. Seil. Down. Keine E-Amonie mehr, Bro. Ich auch nicht, ich auch nicht. Wir können einkaufen, Bro. Lass einkaufen. Ein Auto unseres ist rot, Bro. Unter uns, unter uns. Treppenhaus, Treppenhaus. Ja, die sind da. Geht's auch hinten raus. Unter uns, genau. Ja, die kommen gleich, die haben wir. Doch hier, bei mir rechts, geht's auch noch ein Treppenhaus. Da hab ich rechten Aufgang, hab ich. Soll ich oben aufs Dach gehen? Ich würd hier bleiben, wenn ich hier nicht bin. Ich würd jetzt kein Step mehr machen. Das kommt jetzt gehen jetzt an mir hoch, ihr seid. Die kommen da nicht weg, die campen da, Bro. Ich würd die Position so ungern aufgeben. Scheibe unter uns. Hätten unbedingt einen Schock nochmal hin müssen. Ich würd schon überlegen, wo wir raufspringen. Auf das Haus kann man auch oben drauf da? Glaube ja. Nee, kann man nicht, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Ist doch genau so hoch das Haus. Die werden gleich kommen, glaub ich. Die können auch irgendwo anders raus. Lass uns hier an die Kante hin. Ja, ich wusste, dass hier über mir noch einer kommt, Bro. Keine Platten mehr da, Digi. Die sind Bots hier auch noch bei mir, Bro. Ich hab keinerlei Deckung hier von keiner Seite. Das Gas kommt mehr. Keine Platten mehr, keine Deckung, kein gar nichts. Ja auch nicht. Wir sind Gegner, die sind Bots hinten dran. Wo kommst du denn jetzt wieder her, Mann? Woher denn, Mann? Weitere aus dem Gas gerufen, und so irgende, Mann. Ich weiß, wie wir sie wirklich in den Platten gehen können. Der hat halt nix mehr, nix. Es ist zum Kotzen. Es macht so keinen Spaß, Game, Mann. Über dir am Dach sind sie auch. Bei dir, genau. So, die scheiß Beurzelte. Ja, ist doch gut. Das war doch drauf gerade, hä? Ach, leck mich. Also, was das für eine Kack-Zone ist, Digga. Es ist nicht normal, dass man nicht ein verhurtes Lodi-Begang hat. Das ist nicht normal. Ja. Leck mich einfach. Das macht keinen Bock, Mann. Du hast auch... Du hast auch keine Muni, du hast gar nix mehr. Gar nichts, Alter, Digga. Das ist einfach zum Kotzen, Mann. Siehst du doch, was ich gerade in der Runde gelevelt habe? Eine scheiß Pumpgun habe ich gelevelt. Geil, Alter. Du mein... Ich würde das nach hinten führen, ey. Im nächsten CD musst du wahrscheinlich ein paar Bilder nachmachen, damit die Aufsätze kriegst, Digga. Du rotz, ey. Ich verstehe das alles nicht. Das ganze Loot-System nicht. Kompletter Morgs. Das Level-System. Warzone ist doch genauso viel aufgebaut worden. Waffen Lodi und Gib ihm, Alter. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter. Warum soll man die eine Waffe spielen, damit man die entscheidende Waffe für die andere Waffe bekommt? Warum? Ist das für ein Sinn? Verstehe ich nicht. Mach gar keinen Bock, Alter. Ich habe gar nichts mit der anderen Waffe zu tun, hier. Du willst einen Revolver leveln, dann musst du die Pumpgun spielen damit du den Rundpunkt für das Sturmgewehr bekommst. Also, hä? Wiss ich nicht. Gott. Nein, nein, heute nicht Open-End, Digga. Absolut nicht. Nein, Mann. Mann, das kann man auch nicht Open-End zocken. Einerseits macht es schon Lauri irgendwo auch, ja. Geht aber das Gefühl, das Befrieden die Idee viel fehlt. Wir haben ja... Wir reißen ja nichts. Wir laufen nur rum. Vielleicht ein, zwei Kills in einem Lodi. Das fehlt einfach das Glückselviel. Ein, zwei Wins mehr, würde wir bocken. Aber nicht so. Und vor allem, wenn wir mal zum Lodi kommen. Vielleicht auch mal beide zehn Kills oder so. Ja, das meine ich ja. Selbst wenn wir nicht mal einen Win-Rund. Einfach ein paar Kills machen mit unserem eigenen Lodi. Das würde reichen. Geht aber nicht. Nein, 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 nein. Ich hätte die 8 nicht. Wir packen ja auch jedes Mal eine NA. Ich weiß nicht, ob es laggt oder nicht. Mal neu starten in der Nacht. Ich glaube, es laggt schon. Doch, doch. Das merkt man. Vielleicht mal neu starten. Probieren wir nichts zur Runde. Mal besser raus. Was bedeutet das NA eigentlich? Not allowed or available, wie das heißt. Diese komischen Worte. Nicht angezeigt werden kann. Komischer, aber kann nur an den Zwölfern irgendwo wieder raus sind. Das ist ja ein Grund haben. Das laggt bei mir übel so, ja, Alter. Mal, wenn ich einen Jumpshot mache oder schieße, fängt das dann zu laggen. Und dann hört hier Musik. Gott mit Ott. Gott mit Ott heißt der Dude. Und der hört voll 80er Jahre. Der ist voll im Film drin, der Dude. Hältst du nur so aus, glaube ich. Was ihr gelacht habt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber mitbekommen habe. Ich habe nur eine komische Nachricht bekommen von dem Dude. Er hat ja selber mich komplett lief. Dass er halt geleit hat. Und dann haben die Leute dann gesagt, warum ich den angreife. War kein Angriff. Und er leit, leit. Am Ende ist ja jemand reingedrückt bei uns. Erstens habe ich mich doppelt gehört. Deswegen habe ich ihn rausgekommen. Dann kam noch nichts drunter wieder rein. War leider nicht besser. Dann habe ich mit ihm halt geredet. Und dann habe ich gesagt, hast du was getrunken? Ja, du leitst ihn. Und ich sagte, nee. Und dann hat er irgendwie gesagt. Unterstellst du dir? Das hat doch jeder gehört. Das ist doch kein normales Reden, Leute. Das war doch nicht böse. Das ist doch nicht schlimm. Das Wochenende. So schlimm zu fragen. Wie leid. Das hat jeder von uns gehört. Das ist doch nicht normal, Alter. Ist es daran so schlimm? Ja, verstehe ich auch nicht, Alter. Da muss ich echt jedes Wort aufhören, wie ich sage. Irgendwelche Idioten legen mir immer raus. Ja, das kommt halt immer, Leute. Die verstehen das halt komplett anders. Am besten sage ich auch nicht mehr. Hauptstimmst wie mir. Ich bin Witzen, Bruder. Ich habe keine Ahnung, Bro. Auch nicht mehr langsam. Eigentlich läuft rechts bei uns dann immer gut normalerweise. Findest du? Ja, da haben wir auch Geld an den Kasten gekriegt. Dann haben wir hierhin. Okay. Ich bin auch weiter links da abspringen. Nicht genau dort, wenn du willst. Wohin willst du abspringen? Aber bei der Autobahn hasse ich das auch, Ziggy. Links eine, wo du kannst gar nicht rein, das andere große. Ja, da haben wir auf jeden Fall welche mit. Hier ist oben einer gelandet. Geht aus. Auf jeden Fall, bei mir, Bro. No, aber das ist nicht der Auftrag davon da vorne. Das müsste irgendwo anders kommen. Der Auftrag ist noch da da drüben. Hast du Scheibe? Joa, ist das irgendwie normal. Hier vor? Wollen wir da alles abcampen hier, ne? Ne, ne, ne. Einer. Lieber sterbe ich gleich so anstatt ich hier ins Land rumcampe und dann irgendwo wieder abgekämt werde. Ja. Die schießen vor uns. Weiber. Aber oben auf dem Hochhaus auf jeden Fall. Nehmen die Auftrag aber auch nicht an. Ne, ne. Aber die machen irgendwann Auftrag grad schon wieder aufgegangen sind. So safe. Ach was, hast du mitgekriegt? Ja, da vibriert auf jeden Fall richtig krank gerade. Hier ist ein Sniper, falls du in die Augen kannst. Ich hab Sniper jetzt und die MP7, Bro. Ich hab Sniper jetzt und die MP7, Bro. Läuft einer. Läuft einer. Läuft einer Wand lang. Fuck. Da war einst du ein Vibe. Lute Maschine. Ja, Aufklärungsdorne gehabt. Also, den untersuchen den du irgendwie? Ne, ne. Geht nur, wenn er am Boden liegt. Ach so. Wenn ich gefinischt hab. Verbündete Aufklärung sucht nach Bedrohungen. Da ist tatsächlich keiner mehr drinnen vor uns, da wo der Auftrag ist. Der Auftrag ist weg bei uns, ja. Der ist nicht mehr da. Ja, der hat ihn angenommen gerade. Hinter uns ist auch keiner im Hochhaus, wo ich bin auch keiner drinnen. Der ist tot. Keiner hier bei uns oder was? Nein, Mann. Können wir vielleicht mal looten, erstmal die Kassensturze machen hier. Mal drüben gucken. Festung wäre jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit. Tja. Ja, wo halt? Die Frage. Terminal runter? Terminal runter, ja. Schau mal. Geile Sachen. Oder? Ein bisschen Hure, das Ding. Vielleicht hin, ja. Ja, ja. Scheiß drauf, Digga. Komm, ja. Wir riskieren es jetzt, Digi. Der ist so oben wahrscheinlich, der Spot, oder? Ne, unten. Aber du mal, ich versuch zu snipe, wenn es einer abschießt. Ich hab ja keine Sniper mehr. Ich markier das, warte. Was anderes bei Daumen um, was wir da gehen sind. Auto, 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 hier. Ja. Wenn wir beschossen werden. Ich hab das Gefühl, ich kann den Gegner lasern. Dann steige ich aus. Ich hab keinen Bock da jetzt so wieder, endlich wegzufahren und dann nachher rauszufallen. Aber links noch hier versuchen. Hast du mich da am Haus lang, Bro? Hier geht gar kein bis jetzt irgendwo rumlaufen. WECORUS, glaube ich, ist nicht schlecht, Martin, ja. Ist auch nicht, weil mir nicht voll gelevelt ist. Generell die LMGs voll ausgerechnet sind nicht schlecht. Die haben alle wenig WECORL. Und gut Damage auf jeden Fall. Irgendwie mal die LHS, oder wie die heißt. Komplett voll leveln, mal das Ding. Ich glaub, das ist echt nice. Wir haben kein New City Film. Wann und wo will man aussteigen? Boah, direkt ran ja, ja. Wenn man nämlich direkt ranfangen, kann man ja auch direkt wieder abhauen. Das müssen wir nicht machen, wie du denkst, Bro. Aber hier ist immer gut besucht, die hier. Safe mindestens ein, zwei Teams hier. Ja, ja, ja. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Aus. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne aktiv vor uns wiederbelebt. Wir machen Aufstatt genau gerade ausgedrinnen, oder? Wir machen Aufstatt genau gerade ausgedrinnen, oder? Oh, ja. Luftstreckenfeindlicher, Bro. Ich glaub, den kriegen wir jetzt alle bei gar nicht fest. Ich glaub, die haben die Geronen an jetzt. Äh, das ist lila, was ist noch vor mir? Hinter mir kommt noch einer, Dirk. Willst du mich rollen? Nein, das sind noch... Äh, ne. Alle mit eigenen Waffen. Ach, leck mich, Alter. Ich geh das einfach nur verkackt, Bro. Alles easy, Digg, ja. Dass man nicht bis zum Lodi kommt, das... Man muss drum kämpfen, dass man Lodi kriegt. Du bist denn das? Man kriegt keinen einfach, man kriegt keinen. Wer zuerst da ist, mal zuerst. Du musst Glück haben, dass du irgendwann mal rumrennst, und neben dir das scheiß Ding auftaucht. Sonst kann sie knicken, Alter. Trotz sind übelst stark. Wichsergammeln drinne. Wir zusammen. Ne. Die drei auf den Leidungen können gehen. Die töntet euch zurück. Ne, wir die APK, Mann. Machst du auch was, du Heini da hinter mir, Mann? Der macht ja auch nix, der Typ, Mann. Naja, wenigstens neun sieht, was ich ihn mache. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin wollen. Vielleicht zum Wasser markieren, um dann einfach... Ne, das Auftrag gerade weggegangen. Ja, ich habe auch gerade den Auftrag. Ja. Hier ist noch ein Kopfgeldauftrag, da hinten. Wo hast du markiert? Das Ding kann man oben machen, ja. Ja. Und zwei Dinger müssen wir uns mal vormerken. Nummer zwei fliegen wir hin, oder was? Nicht da vorne ist Kopfgeld. Das linke, oder? Linke Kopfgeld zu, oder das linke Ding? Das Ding, meinst du? Achso, ja. Das meine ich, ja genau, genau. Kann ich da bis hin kommen? Ich versuche es, ja. Ich weiß es nicht, Alter. Du siehst auch keinen einzigen schlechten Gegner mehr. Gar nicht. Null. Noch nie bis jetzt irgendwie das Game zocken. Noch nie. Alles Komplette, voll Geeks, jeden Schuss treffen. Und wie gerade eben schon wieder, er kommt hinter mir, er läuft. Ich höre nichts. Ich muss jetzt sagen, was passieren, Alter. Ansonsten brauchst du das hier mit dem Game. Ja, die müssen das ja auch ziemlich zügig jetzt da machen. Das sage ich auch. Auch wenn die Updates dann irgendwann zu spät kommen, dann sind die Game halt trotzdem weg. Ja, sicher. Ich werde auch heute gucken, wenn die Games rauskommen, die ich mir auf meine Wunschliste bei Steam gepackt habe, dann zog ich das auf jeden Fall am Abend. Ich habe viel mehr Bock drauf. Geiles Grafik-Game, so ein paar Dinger da durch. Aber dann habe ich viel mehr Laune gerade jetzt im Kack jetzt hier. Man muss kämpfen von dem Lowly, Digga. Das ist nicht normal. Welche Zone ist denn das jetzt hier, die hier kommt? Ah, ist weg. Ne, doch nicht. Der Marker ist einfach nur weg. Das sind drei Dinger, das sind richtig assige Dinger. Da musst du aufpassen, Digga, der Ort ist übelst beliebt. Na ja. Da oben auf dem Haus rauf, rennt immer eigentlich ein Trottel rum. Auto fährt da hinten, ganz da hinten. Ja, ich probiere nicht. Ich kriege das mal hier runter, obwohl ich eine Waffe kriege. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Wir sind jetzt mit hängen geblieben. Das kann nicht sein, Leute. Das ist nicht sein Ernst. Ist das ein Scheiß-Game, Graut, Guys? Schon wieder umsonst die ganze Zeit. Haben wir gerade mal geschafft, einen Auftakt zu kriegen, ohne dass sie abgeknallt werden. Dann hängt sich gar noch dein Bild wieder auf. Gibt's nicht, Leute. Es gibt es nicht. Das war's. Ich raus. Was ist jetzt auf dem Offline, war Digi? Ja, ich hab's. Ich glaub ich. Ja. Morgen ist auch noch ein anderer Tag. Ja, morgen bin ich ja wie gesagt Family Day. Vielleicht vormittags ein bisschen. Muss ich mal kicken. Ja, scheiße, halt. Alles klar, Digi. Trotzdem gutes Nächte, ja? Jo, hat doch was gemacht. Fand ich auch. Tschü, tschü. Haut rein, Leute. Tschü, tschü. Ja, mal ein bisschen Solo. Ich glaub Waffenlevel hab ich heute kein Bock drauf auf Solo Waffenleveln. Ich will einfach mal bis zum Lodi kommen. Was? Ein Spiel finden? Achso, weil ich noch zu zweit bin, oder was? Und das ist ja raus. Eigentlich müsste ich ja die Sarkin leveln. Aber Waffenleveln, ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hab. Wir haben ja grad mal Level 6 von 20 und trotzdem ist die eigentlich gar nicht so verkehrt. Nachricht des Tages. Dev-Error. Mehr geht ja gar nicht, oder? Mehr geht heute nicht. Mehr geht heute nicht. Scheiße, abgefuckte Kacke. Nur noch abgefuckte Kacke. Jetzt steh ich nicht mehr. Aller LMGs sind relativ gut, glaub ich. Wir haben ne relativ hohe Time To Kill. Außer die jetzt hier anscheinend. Eins, zwei, drei. obwohl drei schüssen nur das war jetzt ein handy kann man nicht zählen guck mal wie schnell die umkippen also ich glaube die ist echt nicht verkehrt bloß die zv ist das problem eins zwei drei schuss auf dem oberkörper ich kann normalerweise können sie ja mal probieren zu spielen der drecks teil ich will sie sonst auch nicht mehr wir müssen jetzt echt langsam ein paar patches bringen und ein bisschen was beheben im game ansonsten ist echt bei die lust vergangen an sich macht es ja wirklich spaß wenn es einfach nur hin und würde macht aber nicht und 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 Nutzt diese Zeit zum Üben. Wir werden bald aufbrechen. Dann liegen die Channys nennen. Das war für Teamman mit euch Nerven. Erstmal gescheit F9. Wenn einer Bock hat, können wir gerne nach der Runde zusammen Waffen leveln. Dann machen wir noch ein bisschen Sub-Games. Aber gerade ist echt die Lust, wirklich nicht. Du kannst. Entweder spielst du auf Killed und auf Push und richtig aggressiv. Da brauchst du aber eigentlich spätestens im Late-Game deinen scheiß Lodi. Es gibt natürlich auch gute Standard-Waffen sonst nicht, aber... Sniper zum Beispiel müsstest du schon wirklich eine A mit 5 aufsetzen. Und ich weiß auch nicht so richtig, Alter. Ohne einen Lodi zu spielen, macht das Game immer wie kein Bock. Du rennst ja über 80% im Spiel einfach nur mit deinen Standard-Klasse dagegen. Und das hat immer... Das war so ein Aus-Game gemacht. Oder Blackout. Immer noch dein Lodi. Dein Lodi hat immer das Game ausgemacht. Verstehen die? Vor allen Dingen, die wollten das ganze gelassen. Überleg mal. Und schon wieder lag das im Game. Schon wieder lag das, Digi. Die ganze Runde lag das scheiß Game. Geht sich einfach runter. Scheiß drauf. Runter in die Hölle. Lägen da schon welche mit? Das lag schon extrem. Das lag, 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 lag. Das lag so heftig, Leute. Ich werde da keinen Fight gewinnen gerade. Das lag so heftig, Leute. Ich habe nicht mal eine MP, Leute. Ich habe nicht mal eine MP, Leute. Ich glaube links kommt gerade einer hoch. Warum wird man keine Steps in dem Game? Warum nicht? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Tür ist gerade aufgehangen oder zu? Scheibe. Oh, der kommt jetzt über mir, will nicht weg. Däger, Lat. В 거룩näutes. Ich hab nur Fickwaffen, Bro. Fickwaffen ohne irgendein scheiß Ding drauf, Alter. Langsam fuck das ab, Junge. Kenn ich irgendwie, Bro? Alles klar, da gibt es nichts. Er blockiert halt. Digger, was? Ich hab von rechts auch noch einen Hit bekommen gerade. Hat doch nur einer gelebt doch. Das verstehe ich nicht, Leute. Absolut nicht. Ja, von den Subs, wer gerade Bock hat, kann gerne reinjoin. Aber ich geh nochmal ganz kurz raus heute. Ich geh nochmal neu starten, so geht es ja nicht. Das macht absolut keine Laune mehr gerade. Wenn das wenigstens einfach flüssig laufen würde, man nicht immer rausfliegen würde. Erstmal wenigstens die Performance, bevor man jetzt an die Loadies geht und das Loot System oder irgendwas. Aber nicht mal da kann man sich drauf verlassen. Ich mein, wir wussten es alle, jeder hat es gewusst, dass das mit der Performance sich genau hat. Vor allen Dingen, es ist ja nicht mal Warzone 1 drinne. Was soll denn dann passieren? Wir können das ja nicht ewig draußen halten, Warzone 1. Die Leute haben für ihre Skins und Waffen bezahlt. Das wird auf jeden Fall noch richtig was kommen, glaube ich. Manche Bilder verstehe ich nicht. Bist du dabei oder was, Tobi? Ingo, grüß dich. Ronny, schönen guten Abend. Wer ist denn von euch dabei jetzt bei den Subcamps? Schreibt mal bitte in den Chat rein. Ich sag euch gleich, ich weiß nicht genau ob wir Waffenleveln oder ob wir draufgehen, das entscheide ich immer spontan. Ich denke mal eher, dass wir ein bisschen auf Action gehen und nicht auf Waffenleveln. Listenaktualisierung, Latenz ist bis jetzt immer MS. MS. Noch kein NA zumindest. Dann rein mit dir, Bro. Ich glaube, ich muss auf Dings stellen. Party. Nee, nicht erstellen, Digi. Vielleicht hab ich aber Freunde gemacht, oder? Die Privatsphäre. Oder beim Kanal muss ich, glaube ich, draufgehen. Nur Freunde. Ja, das reicht ja auch. Da muss ich euch einladen, da ist er doch der Junge. Let's go. Hallo. Kannst du mich hören? Hörst du mich? Ich höre ihn nicht. Hörst du mich, Tobi? Mein Mikrofon schlägt gar nicht aus. Mein Mikrofon schlägt nicht aus. Wie hört es denn das? Selbst du... Tobi? Tobi? Warum schlägt mein Mic nicht aus? Hallo. Jetzt hörst du mich? Warum höre ich ihn nicht? Mikrofon? Hört ihr mich noch im Chat, Leute? Hä? Tobi? 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 Warum schlägt mein Mikrofon nicht aus? Hello? Tobi? Alex? Kannst du mich hören? Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich schon gleich hören? Hörst du mich, Bro? Verstehe nicht. Das schlägt doch nicht mal aus. Yes, game. Fuck. Doch. Up, dude. Fucked up, dude. Achso, ich hab auf Sprechttaste gemacht. Jetzt wieder, Bro. Ja. Ich hatte das auf Sprechttaste noch wegen Gunner und den Annäherungen. Shit. Aufnahmegrenze. Aber warum ist eigentlich die Aufnahmegrenze vom Werk an sich standardmäßig bei 70? Verstehe ich gar nicht. Ich hab da nichts umgestellt. Ist das wirklich überall so? Auf 70? Roger sagt aber. Ich hab's aber jetzt sogar auf 80 hoch. Ja, solange man deine Stimme noch hört und keinen Aussetzer hast, dann ist das ja nicht verkehrt. Shit, wir hören dich. Ich werd überhaupt nicht draufgekommen, Leute. Mit der Sprechttaste. Einfach nur, weil ich geguckt hab und durch Zufall stand, dass der... Das war doch witzig. Das war doch witzig. Das war auf jeden Fall witzig, Bro. Ich bin lang nicht mehr so lange gestreamt, aber trotzdem war's ein schöner Abend. Ich hab halt bis gar nicht gepennt. Bis halb neun, um neun da war ich durchgehend wach. Weil Timmy dann kam und dann war Timmy ja auch um sechste wach. Der haben wir ja früh hingelegt. Und dann irgendwann um neuneinhalb, zehn, dann bin ich pennen gegangen für zwei, drei Stunden. Okay. Ja, ich hab bis halb Meter um eins geschlafen. Hätte ich auch ja ne. Hätte ich auch ja ne. Aber ausschlafen ist gar nicht. Egal welchen Tag. Wenn ein kleines Kind das ist, ist halt so. Außer du legst dich natürlich direkt mit deinem Kind hin um sieben oder so weiter. Aber das mach ich ja kein Mensch, Alter. Wenn ich mich um sieben hinlegen, muss ja streamen. Schon in Fluch und Segen zugleich. Der kleine Typhi. Äh, ist absolut als... Ja, die Aufnahmegrenze ist absolut. Versteh ich gar nicht wie du das meinst, Bro. Mach da mit, Martin, mit dem Backgas-Body. Absolut komisch. Wie meinst du ja? Absolut komisch meint ihr? Oder vielleicht passt sich das irgendwie an bei jedem irgendwie? Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Ja, bei der Alten war es ja 3,6 nur. Ja, bei der Alten war es doch 0 bei mir. Da könnte man halt hochstehen alles. Ja, bei der Alten war es doch 0 bei mir. Ich grüße dich erstmal, Digi, ja. Dass man auch nicht mehr F9 sieht und alle solche Dinge halt. Das krasseste war ja gestern, dass ich auf einmal keine HUD mehr hatte. Ich wusste nicht, wann die Drohne, äh, die Zone kommt. Ich wusste nicht, wann der Gegner einen Hit bekommt. Ja, das war ja gestern auch der Hammer. Ich will einfach mal bis zum Loli kommen. Einmal Loli, Victus und M13. Einmal hätte ich gerade die P90 mit der Scar zusammen. Aber es ist echt absolutes Wunschdenken hier. Und jetzt dann, äh, vorher, ne, vor 3 Tagen, oder 4 Tagen, wo ich meine Minze geraucht habe, Digga, bin ich mitten aufgewacht. Weil ich dachte, da kommt eine Riesenspinne auf mich zugekrabbelt. Macht das Licht an meine Frau, was machst denn da? Die hat ja komplett eine Phobie, bei der man ein schlechtes Erlebnis hatte. Und ich sag, Digga, war eine Riesenspinne, ich such die jetzt. Ich weiß nicht, ob das ein Traum war oder ob das wirklich war. Ich hab keine Ahnung gehabt, Leute. Das war absolut komisch. Wollen wir mal... Äh... Lass uns Home dann rausgehen. Scheiß drauf. Am besten auf das Dach hier. Ist das höchste Dach von den ganzen Häusern. Und egal ob einer Milchvieh, wir gehen alle beide auf das Dach drauf und versuchen die wegzuballern. Okay. Dann lieber am Anfang sterben und direkt neu starten, als wenn wir 20-3 Minuten durch die Jingen laufen und looten. Grüß dich Ronny. Dann haben wir gesagt, absolut anders, okay. Alles in die Schnucki-Putzel, liebe Grüße an die Family. Morgen ist bei mir auch ein bisschen schön angesagt. Kommen viele mit, ja, ich weiß. Da links einer. Die sind bei mir hier. Einer schon, ja. Ja. Einen hab ich. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Einer wird hier oben, ne. E. Was schluss mit der Kiste? Ja, unten hab ich einen aufgemacht. als hier eine bombendrohne im ruhig mit mich ist er kommt hier wieder ein auftrag annehmen ja ja natürlich jetzt nehmen wir mal ein zweiter rechts gehen in das andere haus rein du bist unter mir ja ich tu dich unten gerade noch durch wir machen die ganze zeit aufträge wir sind hier ist ein resort und die kommt zu uns die kommt zu uns hinter die brauche ich gucke hier ist hinter mir gucken das ist schon ich glaube links noch ein team warte mal deine steps haben die drohne raus hab jetzt eine gekauft ja raus es leckt schon wieder doch keiner bei uns zum glück bro wir müssen eigentlich zum auftrag hinfahren mit dem lkw wir können waffen kaufen beide zusammen los jeder eine waffe in der attacke legt den restkäufer raus denn hast du noch keine gekauft oder was Ich habe auch eine M13 gebaut auf der Close-Range. Du kannst doch richtig in den LKW, ich glaube ich sicherer, oder? Hier ist es nicht. Wir müssen uns zwei Meter in Auftrag jetzt. Irgendeinen Auftrag müssen wir direkt machen jetzt. Los, direkt rein in die Hüterin. Ich bin fast gestorben. Das ist eine richtige Kack hier, Bro. Ah ja, wer ist hier? Ja, da ist der Schlepp. Komm, wir noch ein Hüter. Fehlt noch ein Safe. Bewegung. Ja, ich bin fast. 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 Ist weiter, oder? Ja, mit dem Auto am besten mit den Gepanzerten da hinten. Irgendwo höre ich noch eine Kiste. Scheiß drauf, Dicker. Ja, ich hab sie. Warte. Jaaa. Diggi, müssen Sie ein bisschen rein? Ja, ich komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Diggi. Ich bin da. Ich bin da. Ist das nicht lang hier, oder was? Scheiße. Mal sehen, wo der Safe ist. Ich seh's ja selber. Ich hab nicht mal ne Waffe, die ich leveln möchte. Ich hab grad hier die Sarkin kaufen, bis ich die holt. Scheiß drauf, einfach hinten da. Und dagegen eventuell drinnen? Weiß es nicht. Ne, die Kisten sind noch zu außer drinnen. Weitere fahren. Autos steht da hinten. Digga, willst du mich rollen? Helikopter oben. Ohne kommt. Helikopter oben. Da. Mal gehen mal, wo wir hinfinden, wo ein Shop ist, vielleicht. Zweite Waffe rausholen. Hier bei einem Shop, aber ich glaub nicht, dass er safe ist. Ne, ne, dann überwand das. Nächste wäre hier oben. Ah, Dome. Ja, das ist genauso beschissen. Haben wir noch einen irgendwie weiter weg, vorne rechts oder so. Ich glaub, die schießen oben vor uns. Probieren wir mal da hinten den Shop. Gegner vor uns. Der fährt mit einem Quad fährt der. Mal aussteigen, die ficken. Ja, komm. Ach, gleichlich. Yes. Warte, nein, ich stopp. Digi, was? Ein Tropfen flieht es im Kulak. Wenn es überlebt, steigt es wieder ein. Oh, ne Rotze, Digi, Alter. Alles gut, ich komm wieder. Hoffe ich zumindest. Dann bleibe ich erstmal bei deinem Looting an sich. Ist das denn vorhin und her, oder was? Was? Nimm ruhig, alles. Ja, scheiße, Digi. Was hattest du denn für eine Waffe gehabt, Bro? Ne Fennec und ne Tuck. Ich meine, welche gekaufte Waffe hattest du? Ne Fennec. Ist das dein Loot hier oben, oder was? Hier ist er nicht drinne. Hier ist er auch nicht drinne, Digi. Hä? Keine Ahnung, woher liegt hier nicht? Alles gut. Scheiße, Alter. Schlägt bei mir die ganze Zeit, Junge. Jede Scheißrunde leckt der Rotz hier. Hier ist er auch eine Kacke. Gleich knallt's hier richtig. So, ich würd's hier knallen. Hier ist er auch eine Kacke. Digga, kommt noch was. Oh, ich hab Platten hab' ich, Digga. Soll ich jetzt hier wegkommen, Bro? Hier über den LKW. Ja, das ist ein KWchen. Sind wir nach unten geflogen, Digi. Ja. Zieht einfach keinen Fallschirm. Ne, ist nicht drinne. Ist ein Witz grad. Ja. Vor mir ballern sie, glaub ich, auch. Der Shop ist ja auch bescheiden. Äh, wo wäre denn der nächste? Hier, Openfield. Versuch ich das da lieber? Wenn ich bis dahin komme. Ist am Friedhof der Shop, ist das ja. Ja. Hier wäre auch noch ein Auftrag. Okay. Ich glaub, da bin ich auch nicht alleine beim Friedhof. Kann sie mich wenigstens gleich begraben, wenn ich da abkratze, Alter. Ich finde, das steht da auf dem Kratz. Hier liegt Bad Teacher. Ja. So wird stehen gleich. Danke. Okay. Ich weiß nicht, ob du erstmal zum Auftrag hin willst oder woanders lang. Ich checke erstmal hier ein bisschen die Gegend. Ich checke erstmal hier ein bisschen die Gegend. Ich komme zu dir. Panzerbeutel markiert. 3er Weste bei mir markiert. Genau. Ja. Ja. Wir werden die anderen Aufträge jetzt machen. Was willst du sonst machen hier? Mal probieren halt. Ich habe eine Skar rausgelegt. Eine gute Diggi. Okay. Dann war ich zwei gute Waffen. Dann lass liegen. Das wären zwei. Fehlt noch eins safe. Die Drohne wäre nicht schlecht. Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Na los, vorher. Schussverkauf. Schussverkauf. Geht's mal nicht direkt hin zu dem Shop eigentlich. Schussverkauf. Schussverkauf. sind da waffen eigentlich auch billiger doch glaubt schon doch waren sie auch 3.000 noch was ich was machte der bleibt verstehen ja ja lieber erstmal eine drohne immer lieber gönnen hätte geld rauslegen können ich habe eine drohne ich habe keine drohne mehr kaufen doch ich habe ja selbst wie kann man kaufen ja wir stehen zu lange rum hier die wir ein bisschen weg wir können geist rausholen habe ich auch brauche ja wir können geist haben die anderen müssen aufpassen das kann auch schon ein team vor uns sein nur direkt geist raus lag bei mir jetzt rausfliege die rasse hier raus leute meine drohne raus die haben alle ghost wenn die haben da ist einer dran ja was ist das andere da hinten mir ist auch ein zu meiner seite ganz da vorne das sehe ich bloß keinen diesen genau ein hausvormittiger sind ja das sind aber zwei ja ja ich sehe die da die kommt zu uns sogar die glaube ich die sind hier ich versuche die gleich zu snipen bro der snipe zurück einer hat der schildbreak bro die kommen zu uns glaube ich in die richtung die sind immer noch da ich sehe die aber nicht ganz kurz hin wir gehen die weiter das sind alle haus nebenan ist der jetzt der digger ja beide einer ist k.o. bro glaube ich oder bin mir nicht sicher ich glaube der ist k.o. einer ne noch 50 ip gekriegt ist ja nicht k.o. gewesen seht ihr nicht unten drinnen unten drinnen ja tschö dann der hauber ich komme ich habe ein ding drauf gemacht ich komme zu dir der wenn euch hier snipet eine auf mich ich weiß nicht von wo einer Ah, Digga, ich häng an der Wand wie ein Hurensohn, Digga. Ey, was ist das, Mann? Oh, muss ich grad locker bleiben. Muss ich grad locker bleiben, Leute. Alter, nee, leck mich doch am Arsch, Mann. Oh, nee, das verkrafte ich, glaub ich, grad nicht. Das dämliche Wand, die hänge wie so ein Volllappen, Alter. Denkst du einfach rum wie so ein Volllappen, Digga. Ich hab nie geblendet, ich will pusher, aber dann häng ich da. Ich hab's gesehen. Ich hab's irgendwie verpackt. Wie als Primärwaffe ich auswählen kann. Du musst die, äh... Alle Waffen, die du im Shop kaufen kannst, als Primärwaffe auswählen. Wenn das denn nicht geht und eine andere Waffe kommt, müsst ihr die entweder umbenennen oder alle Klassen nochmal löschen und neu machen, dann geht das wieder. Ich hab ja kein Bier mehr da, ist ja das Problem. Nada, niente. Deswegen. Ich guck, wenn wir einen Rotwein finden oder irgendwas. Ich brauch Glücksgefühl, eigentlich brauch ich Schokolade, Leute. Ich würd einmal probieren, wie die Scheiße M13 auf Close ist, aber ne. Digga, leck mich doch am Arsch. Das fuckt schon ab, Dudes. Hätt ich jetzt einen Stun gehabt, wäre es besser gewesen. Ai, 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 ai. Ich hatte, glaub ich, sogar einen Stun. Ich weiß nicht, was ich hatte, Alter. Soll ich jetzt noch hinfliegen? Soll ich da jetzt noch machen? Außer denn, irgendwo liegt noch ein Lodi rum. Ich weiß nicht mehr, ist da so ein Scheiß-Uftrag. Und die Schwänze hängen da immer noch rum. Ja, die schießen da immer noch. Aber dem Haus war das hier, war das ja gewesen, oder? Schießen die auf die Dudes, oder welche? Wo schießen die jetzt denn? Ja, die schießen da hin auf das Haus. Die sind da immer noch. Überall welche, Bro. Ich weiß, dass da an den Bahnschienen lag noch ein Lodi irgendwo. Aber es wird wahrscheinlich auch schon weg sein, nicht? Geht das überhaupt weg, ja? Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn mehrere Teens dran waren, ja. Mal gucken, ob das überhaupt schon rennt hat von der Höhe hier. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Wüsste man ja eigentlich irgendwie halbwegs erkennen können. Jetzt rennt es. Wo ist die jetzt hier? Denkst du, die läuft da noch? Zu denen ich hier weiß noch. Ach da, ja. Da läuft der. Hier läuft ein anderer Browder unten. Ich glaube, ich habe mich leider, wenn ich mich gleich über die eine Ansage kriegen, wahrscheinlich. Ich gehe jetzt hier einfach irgendwo runter, Digga. Aber welches Dach denn? Die Tankstelle ist auch kacke. Liebsten da oben das Haus, aber da werden wir hier sein. Scheiß, doch, wenn wir mal einen Neustart hier. Ja, da ist einer noch rausgelaufen da unten. Geil. Geil. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Das war's komplett, Lüthi. Das war's. Genau, über den Gebiet ab. Keine Waffe aus dem Scheiß Raketenwerfer. Was soll ich da jetzt machen, Leute? Erzählt es mir. Die werden mich gleich wegknallen. Das war's. Das war's. Ja, ich bin in der Bazaar, ich bin in der Bazaar, ich bin in der Bazaar. Geh, ich bin. Was war, oder? A, es ist noch ein, ich bin. Ja, ich bin. sehr schön alex ich habe unten lag noch ein lmg zwei fenex hier das ist nicht das scheiße ich hätte mal klippen müssen wohl eklige endzone das war sie Könnte ich jetzt so geradeaus durch den Tunnel durch und dann links hoch ja hier versuchen kann ich nicht hoch war da gerade ein Zeichen da muss wieder weiter so ein rotz verstehe ich gerade nicht nein ich erkläre das gleich noch mal mit den Dingern erkläre das gleich noch mal mit den Waffen 2 2 Team oben 2 1 sind nur noch Alex das werden die schaffen die im Haus haben die beste positive in das Ding reißen ja gut eine einzelne davon bist du ja jetzt gegen 2 4 Teams das war's okay jetzt ein zweiter Team noch am Start ich kann mal stark davon aus dass sie über die Brücke laufen ja ich sehe nix kein Scope drauf nix ärgerlich Leute ja schade trotzdem wiss ich runde gewesen trotzdem nur das Beste draus gemacht na sie ich weiß jetzt dass ich öfters mit dem Messer rumrennen werde wie ich das eh mal finde zack 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 ja schade dass wir mal viel Clip davon haben hätte ich mal gar nicht in der Zeit muss ich mal gucken wann das war wir haben es jetzt 4 Stunden 40 im Stream ungefähr bei 4 Stunden und 20 ich möchte meine Ausrüstung bearbeiten und die Pistole x13 suchen und auswählen finde sie aber nicht bei der Primärauswahl hä kannst du doch nicht weil es keine Primärwaffe ist das ist eine Sekundärwaffe Bro das geht nicht Digi du kannst halt warte APK hier kannst du nur Nahkampf Schild nehmen geht nicht du musst halt Sekundärwaffe reinnehmen das geht ja gar nicht anders du kriegst solo krass das kriegst du glaube ich nur aus dem Low die kriegst du die du musst ja hier Primärwaffen reinnehmen das geht ja nicht anders das geht nicht Bro willst du jetzt als Pistole eine Primärwaffe als Pistole reinhauen warum das verstehe ich nicht dann willst du eine Pistole am Shop kaufen oder mit ok ok ich weiß noch was zu trinken 3er und gib ihn aber vielleicht wird er jo jo 4 4 5 5 5 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 War das Teamvabe? Nee, nee. Darum war noch ein Sniper-Klo. Ganz oben war der. Im Sniper-Sumpass. Wenn das der war. Ich glaub das war der von vorhin, Alter. Der hat mich eben gewanschottet. Kein Money weit und breit. Eine Drohne wieder. Da lag noch ein Lodi hier. Da liegt das Lodi. Schwierig. Das Recht geben sich. Das ist so einer gesegnete. Also vom blauen Oster. Ja. Was komm ich denn da hoch in die Bruchbude? Was komm ich denn da hoch in die Bruchbude? Was komm ich denn hier machen? Wo soll ich denn hier hinlaufen, Alter? Alles beschissen, Junge. Das ist alles so ok. Ja. Ich bin eh noch nicht daran, das zu sehen. Da fliegen welche oben links. Da fliegen welche oben links. Ja. 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 Das ist alles. Ich habe mal nicht mehr so viel Geld. Da liegen bis 100 da rum oder was? Ja. Da sind wir ja wie immer. Nein. Das ist der nächste Shop, da sind wir ja wie immer. Wo ist der nächste Shop? Ja, vor uns aus, oder? Da ist einer ja? Im Turm da. Da ist ein Shop. Da ist ein Shop. Und da ist echt von dir? Mhm. Da ist ein Shop, das ist der nächste Shop. da werde ich auch gleich abkratzen da oben sind wir ja kommt man eigentlich in den großen turm da auch rein da oben ja ja da geht eine Leiter hoch ach scheiße mal gucken ob gegner sind erstmal oder sich direkt runter ich höre Gegner, ich höre Gegner, ich höre Gegner wir werden immer noch ich weiß nicht wo die sind doch hier sind welche gewesen gerade um hier die schießen auf mich, ich muss runter hier auf den weißen da auch da ist einer da im Haus drin auf dem Dach oben ich will gar nicht mehr, gar nicht ich will gar nicht mehr, gar nicht ich habe einen Ballack von der Sonne Enkel habe ich gekriegt oder auch immer ja genau unter dir ja ja da sind da sind ja da sind da sind ja da sind da sind noch ein Gegner da hinten ich kann nicht jetzt hinter mir kommt man nicht diesen ja also ich dann machen da leck mich doch am arsch schade dann sagen wir trotzdem noch einen schönen abend hier süßen schlaf gut wir sehen uns irgendjemand für morgen vormittag oder am montag wieder thanks zu viel zu viel ist trotzdem natürlich noch den abend vielen dank dass er zugeschaut habt ihr lieben morgen vormittag entwischen heute morgen nicht heute morgen ich brauche ein bisschen zeit für die familie montag sehen wir uns wieder hier lieben ja schönes wochenende noch hässlichen schönen sonntag dicken schmerz aufs auge aber ich liebe süßen bye bye